Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Tears of Kingdom. Ich habe genau hier weiter gemacht und der Stein, lol der steckt da drin. Den hätte man auch sehen können. Natürlich. Ich bin so hart süchtig. Ist heute jetzt der zweite Stream am Tag. Habe ich noch nie gemacht. Zwei Streams an einem Tag. Da kann man mal sehen wie hart süchtig ich bin. Ist das so ein Riese, ne? Crazy. Oh. Muss ich Feuer machen? Was macht der denn für Schaden? Hallo, wer bist du denn? So, erstmal Feuer auf Eis. Thomas erster. Moin, Thomas. Wie geht's? Ich muss mir überlegen, ob ich vielleicht eine andere Waffe nehme. Huhu, da ist er. Hallo Kitty. Hallo Steven. Das Ding ist richtig. Das haut rein, das Teil. 57 Stärke. Kann das Master Schwert einpacken. So, und das befestigen wir. Geht das da dran noch? 67. Das ist crazy. Und wie war es so drei Stunden ohne mich? Habt ihr die drei Stunden auch ohne mich verkraftet? Ich hab natürlich das schöne Ausgehen für euch angelassen. Ist sogar so ein kurzarbiges. 7 ist fast umgekommen. Er hat es ja fast noch überlebt. Er hat es ja noch gerade soeben überlebt. Gerade soeben überlebt. Der Mittagsschlaf hat geholfen. Einen schönen Mittagsschlaf gemacht. Seid ihr gegönnt. Nummer 4. Da hast du wieder ein Herzchen. So. Schön, wenn die Schreine machen, die ich machen kann. Und dann geht's wieder ab in den Untergrund. Und ich will die Labyrinthe machen. Und ich will das Rätsel machen von dem einen Riesengötzen da mit dem Plateau und so. Das heißt, wir müssen nochmal aufs Plateau. Ich würde im Untergrund gerne noch mehr Klamotten suchen. Noch mehr Minen. Scheiße. Es ist zu viel. Es ist wieder zu viel, Leute. Ich habe die Farbe nicht gemerkt. Pink. Hallo, Chin. Oh, grüßchen. Es ist zu viel. Ich habe auch einen richtig schönen YouTube-Kommentar gesehen von einem. der gesagt hat, dass es so overwhelming ist, das Game. Es ist so viel Content. Also, so viel Content. Und so grenzenlos. Es ist so grenzenlos, glaube ich, wie kein anderes Open-World-Game, oder? Mir fällt kein Open-World-Game der letzten Jahre ein, was so offen ist wie das hier. Du kannst von Anfang an, du kannst ja wirklich von Anfang an überall hin. Du hast am Anfang das Tutorial. Das ist drei Stunden. Und danach kannst du überall hin. Überall. Ist verrückt. Lieber grenzenlos als bodenlos. Es ist schon krass grenzenlos. Also nicht nur in der Luft und in den Wolken, auch in den Untergrund, meine ich. Theoretisch kannst du in den Untergrund und dir sofort und sofort in den Krogwald. So, du musst ja auch nicht kämpfen dafür. Du kannst sie überall durch ohne kämpfen. Das einzige, wo du kämpfen musst, ist in den Tempeln. Und wenn du Bosse machst, um Sachen zu leveln und so. Aber rein, um zu erforschen, musst du nicht kämpfen. Das finde ich so... Schön. So erfrischend. Ich würde fast sagen, der Schrein ist wieder unten. Ich guck trotzdem erstmal oben. Ich würde wetten, dass hier irgendwo ein Loch in der Wand ist. Meistens ist auch irgendwo, wo es einfach was Spannendes gibt. Wo es interessant aussieht. Ey, ich sehe aber auch nichts, ne? Was? Das war's für heute. Das ist jetzt natürlich Nervig Die Schreinsuche Ist natürlich einfacher Wenn die einfach irgendwo offensichtlich rumstehen Aber wenn du erstmal die Höhle suchen musst Dafür, ich weiß auch in der ersten Folge, die allererste Höhle Die ich gefunden habe, dann war da auf einmal Dieser Pferdegott Und der hat mir Alle Höhlen markiert im Umkreis Das bräuchte ich nochmal Moin Säbe Hallo Spring eins rein Ich guck mal von der anderen Seite Extra gerade gelandet Wo gelandet? Wie gelandet? Gelandet? Oh, du besorgst hier den Schreinsensor Gibt es hier einen Schreinsensor? Ich dachte die ganze Zeit Es gibt keinen Schreinsensor Loo Airline Ey, seid nicht so gemein Die Loo Airline kommt in 50% der Völle an Sicher Das ist eine super Quote Das ist eine Schreinquest? Nö Scheiß drauf Das ist die Höhle Ein Tannenzapfen Entdeckt Na klar entdeckt Ich bin ein Entdecker Entdecker Loo on Tour Den Kopf What the fuck Was war das denn? Die Weißen sind die stärksten Oh Mann ist das auch noch fast kaputt Schade Das war eine richtig krass Waffe Maxi trug Oh guck mal da Ich höre mal zum Bauen Hier ist der Schrein Wir müssen echt nochmal Shoutout machen Für Matt Ich weiß nicht Also wenn Matt da selber Drauf gekommen ist Dann ist Matt so ein Bigbrain Dann hat der so ein Riesengehirn Holt euch von Yoshi die Quest Aus Volkenunterwand Loll dann kann ich das ja schon haben Das habe ich alles schon gemacht Das habe ich alles schon gemacht Wie kriege ich den? Das stimmt eiskaltes Wasser oder? Ja extrem kalt Da habe ich auch gar keinen Fall rein Diamant Huge Ja wo kriege ich jetzt irgendwie Was zum draufstellen Kann ich dich da reinballern? Und den wegschleudern? Oh das geht sogar Nochmal ein Stückchen Das mache ich nochmal Moin Donnie Oh ich glaube es reicht schon Perfekt weggekegelt Bowler bin ich Ein richtiger Bowler Mist ich habe nicht gelesen Was Sebe meinte mit Landen Heute mal zwei Streams Zum Preis von einem Das ist das erste Mal Dass ich zwei Streams An einem Tag mache Das wird auch so bald Nicht wieder passieren Bin ich von überzeugt Das ist eine Ultra Ausnahme Weil ich ganz doll süchtig bin Ich gehe nochmal zum Krankenhaus Danach ab nach Hateno Sensor einbauen Wieso denn Hateno? Ich dachte zu Robelo Ach du spielst Flight Simulator Ach du spielst Flight Simulator Ich glaube VR Flight Simulator Übelnice Sonst würde es mich Glaub ich nicht so catchen Ich dachte am Spähpunkt Ich muss erstmal mit dem quatschen Robelo ist ein Hateno Okay Dann muss ich erst mal mit dem reden Aber krass Was man für eine extreme Untergrundmission machen muss Für die Mission für den Schrein Sensor Weil ich musste ja bis zur Zentralmine Ich will mir unbedingt VR 2 für die Playstation holen Wenn erstmal irgendwann Ach die Jiga Bande müssen wir auch noch machen Verdammt ey Verdammt ey Es ist zu viel Leute Ich kann gar nicht so schnell Äh spielen Wie ich hier Dinge tun muss Diese ganzen Third Party 3D VR Brillen Ich bin mir nicht so ganz sicher Ob die gut sind Wisst ihr Es gibt ja auch diese Drop von HTC Und Keine Ahnung Gibt ja viele verschiedene Aber ich würde halt gerne eine haben Die ich halt auch auf die Die ich sowohl Die ich einfach an allem anschließen kann PC und auch Playstation Ich habe mich halt noch nicht Nicht richtig auseinander gesetzt Aber wenn mal irgendwann ein Zeitpunkt kommt Und ich sage Okay jetzt ist der Zeitpunkt gekommen Da ich es mir hole Dann würde ich mich da mal mit Intensiv mit befassen Um zu gucken Was ich da genau haben will Und was gut ist Und was was kann Und so No around VR Brille Genau Valve Index Der direkt von Steam Ja Valve Habe ich mir schon gedacht Dass es von Steam ist Oculus Rift Genau Das war die Marke Die ich gesucht hatte Oculus Rift Hi Als ob hier direkt ein Schrein ist. Lol. Oh, oh, oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hä, bin ich jetzt hier gefangen, dieser Scheiß? Wo hast du mich hingeführt, Shin? Hä? Hä? Wieso lässt er mich nicht gehen? Hä? Hä? Der sagt jetzt auch tiefer und höher. Crazy. Ja, den brauche ich. Ja, den brauche ich. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn mit einem Zauberstarre? Sieht aus wie ein Magier oder was? Weiß doch nicht Harry Potter. Was soll ich denn mit einem Zauberstarre? Was soll ich denn mit einem Zauberstarre? Fühlt sich ein bisschen an wie ein Cheapen. Was soll ich denn mit einem Zauberstarre? 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 Was ist das denn da? Was ist das und wie komme ich da hin? Schön mit dem Wasserfall. Soll ich da mal hin? Kleiner Umweg, Kleiner Umweg, Kleiner Umweg, Kleiner Umweg. Sieht einfach so krass aus. Ja, ja, ja. Und jetzt guckt euch mal diese Insel an. Guckt euch mal diese Insel an. Und dann guckt euch eine andere Insel an. Die, die mich kennen, wissen, welche Insel ich meine. Wie geht's dir, Kat? Alles richtig gemacht, Shin, würde ich sagen. Hallo, Madi. What the fuck? Was, was, was? Wieso geht das nicht? Hä, wieso ging das nicht? Wieso ist er denn im Wasser nicht hochgegangen? Ich hatte doch die Rüstung an. Lösch den Counter mal, Steven. Das war so von Anfang an witzlos. Ich hab doch die richtige. Ja, ich hab die Zora. Hm. Hallo, Jojo. Nein, das ist eine Wiederholung, Jojo. Sie sehen hier eine Wiederholung. Dies ist kein Livestream. Tschüssi. Haus wachsen irgendwo,帮 mich aus dem Boden. Ich gehflow, Leute. Vielen Dank. Vielen Dank. Wieso renne ich denn da rein? Wieso habe ich keine Waffe in der Hand? Ich kotze im Strahl. 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 Das war's für heute. besuch was sind meine eltern hallo komme ich da rein wegen regen oder komme ich dann nicht rein wegen regen muss ich mal basteln gut gut Auf der anderen Seite wäre eine Öffnung gewesen. Ich habe auch immer so ein Glück. Beweg dich mal. Ich bin hier voll am denken. Hier oben ist die Bewegung drin. Die Bewegung ist hier oben im Kopf, Steven. Das kannst du ja nicht sehen. Hier so am Rattern, das glaubst du nicht. Das rattert da oben mehr als beim Rasenmäher. Zahnräder am Rattern, aber übel. Ich bin immer noch mindblown, dass das alles so tippitoppi funktioniert. Ehrlich. Alter, wie viele fehlen denn hier? Das ist zu viel. Das ist schon zu viel. Hilfe. Noch mal zwei. Und ich habe ja den Untergrund noch nicht mal komplett. Guck mal, wie viele schreine ich schon habe. Wie viele habe ich? 80? 90 schon. Aber geil. Mein Kopf quietscht hier so. Falls ihr irgendein Quietschen auf der Tonspur hört, das ist mein Kopf. Genau. Ich glaube, ich springe. Oder war das der, wo ich sowieso... Nee, nee, nee. Ich gehe jetzt mal... Hier mal eben zu pink. Kann der Regen jetzt mal aufhören, bitte? Da ist nochmal ein... Tiefer, ja, ja. Das ist mein Brunnen hier. Ich sage es euch. Den hatte ich sogar schon mal gesehen. Und dann nicht genommen. Ich erinnere mich. Da ist der Schrein. Aber ich komme ja nicht rein. Da ist noch ein, na. Hier du bist. Kann man sowas wie eine Zeitbombe machen? 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 Wie ist mir das? Wie ist mir die Zora-Rüstung kaputt? Ich habe da gar nichts zu... Ich will nichts hören. Ich will gar nichts hören. Ruhe, Steven. Langer Zauberstab, kenne ich doch. Zwei Herzen. Ey, das mit dem Schreien, das läuft wie geschmiert. Wie geschmiert läuft das. Ich will das mit dem Schreien. Schreie es mir. Ich will das mit dem Schreien. Ich will das mit dem Schreien. Am liebsten ja, Steven. Am liebsten ja. Ich muss mir da echt was überlegen. Am liebsten ja. 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 Vielen Dank. Bleib stehen, du scheiß Fisch. Stehenbleiben, Polizei. Ihr habt es so gewollt. Ich kann auch nichts dafür. Wenn ihr es so wollt, dann kriegt ihr das so. So. Wer nicht hören will, muss fühlen. Boah, gegen den Strom schwimmen ist ja das Schrecklichste. Vor allem, wenn der Fisch viel schneller ist. Ey. Wo sollen denn diese Dinger sein, die der haben will? Der hat gesagt im Wasser, ne? Habe ich dafür eine Mission bekommen? Ja. Bringe die dem Wasser entsprungenen Schlüssel. Dem Wasser entsprungenen Schlüssel. Den drei alteren. Das halte ich scheiße. Den drei entsprungenen. Was? Dem Wasser entsprungenen Schlüssel. Dem Wasser entsprungenen Schlüssel. Mit der drei Fische. Aber es sieht ja so aus, als müsste ich hier irgendwie was ein, ein Dingsen. Das ist ja so aus, als würde ich sagen. dem wasser entsprungenen check ich nicht so auch noch ein bisschen mehr info sondern die drei die entsprungenen schlüssel was entspringt das entspringt in dem wasser wasser vermag seine form zu ändern das ist Was ist das? habe ich noch nie gemacht aber kann man wasser in so einen topf füllen und das dann was hat drin Es ist nicht so aus, ne? Hm. Das ist eine Idee. Oft, wenn sowas ist, ist er, guck mal hier, es sind bestimmt. Und Schleimgelee, Frostgelee, Feuergelee, ich versuch das mal. Ich hab ja Frost. Wasser konnte man nicht hier hin, mach Frost mal hier hin. Hopp! Sesam, öffne dich! Vielleicht in einem Pfeil? Ja. 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 Was ist das? Bis zum nächsten Mal. Aber, oh man ey, Feuer, Wind und Wasser, aber Wind hat dann nichts mit Wasser zu tun. Ich check das nicht. Das ist alles Drachengeppel, ja, ja. Ich check's nicht. Schickt ihr das? Wie mach ich denn? Also es sieht eigentlich so aus, als müsste ich da irgendwelche Formen reinmachen. Okay. 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 der hier speitfeuer nee der hier speitfeuer die 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 Okay. LOL Ja, ich weiß es nicht. Ich bin hier, an den Zwillingsbergen. Und die Schrein-Quest heißt, im Wasser entsprungen. Ja, Schrein im Wasser entsprungen. Ich check's nicht. Ich bin immer dafür, selber auszuknobeln, aber ich finde, hier sind ein bisschen zu wenig Infos. Ja, ich bin immer dafür, selber auszuknobeln. Ich bin immer dafür, selber auszuknobeln, aber ich schreibe mir das Zwillingsbergen. Und dann ist das Zwillingsbergen. Hm? Vielen Dank. Vielen Dank. Das war purer Zufall. Das war purer Zufall. Ich hab einfach nur dumm rumgespielt. Okay, ich hab einen geschafft. Wie geht der? Okay. 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 So smart, ja, Mann. 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 Magst du nicht? Wie kann man denn Eis nicht mögen? Eis? Es gibt es auch in allen Geschmacksrichtungen. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Hmm. Das ist jetzt gerade voll mein Blog für mich. Dass du sagst, Eis schmeckt ja nicht, das ist doch wie Brot. Gibt es in allen möglichen Formen und Geschmacksrichtungen und Wassereis, Milcheis, Fruchteis, alles. Wie kann man denn per se sagen, dass man es nicht mag? Verstehe ich nicht. Wenn wir den Band von Kett abstimmen, ich bin auch kurz davor. Da stimmt doch was nicht. Ich habe schon 19 Herzen in einer Reihe. Das ist Nummer 20. Wie viele Herzen kann man haben? Eiskaffee kann auch einiges. Vor allem, wenn es schön warm ist. So, wir müssen jetzt mal ganz kurz einen Plan machen. Also, ich muss immer noch das Labyrinth da machen und auch das hier unten habe ich fertig. Ich würde sagen, ich gucke mir das Labyrinth hier mal an. Obwohl, doch hier fehlt mir auf jeden Fall noch ein Schrein, da könnte ich mal eben hingehen. Das mache ich jetzt als erstes. Dann haben wir das mal aus den Füßen. Jetzt ich mal follow meinen Sub wieder zurück. Mann, was ist das denn für eine kack Tablette? Ich weiß immer noch nicht, wieso die Kamera manchmal hängen bleibt. Keine Ahnung. Ganz komisch. Ganz komisch. Ganz komisch. Vielen Dank. Hallo, jemand zu Hause? Warum antworten sie denn nicht? Jasmin, meine Liebe, vielen, vielen Dank für deinen Raid. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Ich will sofort wissen, wie es war. Ich will sofort... Ich muss sofort wissen, wie es war. Und willkommen an alle Raider. Ich würde behaupten, ihr habt gerade auch Zelda Tears of the Kingdom gesehen bei der lieben Jasmin. Steven, machst du mal bitte einen Shoutout? Hallo. Ich sehe aus dem Raid Tempel. Ach krass, du hast gerade mal das Tutorial gespielt. Ja gut, da ist ja noch einiges vor dir, ne? Ich habe für das Tutorial auch drei Stunden gebraucht. Also nicht ganz. Ich habe zwei Stunden 40 gebraucht. Ich sehe jetzt das. Oh. Was ist das? Alles klar Jasmin, tschü tschü, danke für den Raid. Und da sind wir. Ach ne, jetzt muss ich das ja noch entfrosten. Kann ich's wegballern? Mit dir? Ne. Ah, bisschen. Was mit dir? Hilft nicht wirklich. Boah, das ist zu wenig. Endlich wieder Ruhe. Ich hoffe, dass wir hier wenigstens nach oben kommen. Bei dem anderen, links hat er da nicht. Übrigens als Tipp für die Schlösser, einfach immer den Tannenzapfen oder Eicheln folgen. Das haben die stark vereinfacht im Gegensatz zu BOTW, die Irrschlösser. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. noch ein paar stunden auf jeden fall wieso wann musst du denn ins Bett, Cat? hab ja oben den schon zwischen 21 und 22 uhr, na das passt doch jetzt ja Vielen Dank. Vielen Dank. Das wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Ah, da ist er. Also immer an den Ecken. Wie viel hat er gesagt? Er hat gesagt drei oder vier? Ich bleibe noch drei, okay, es gibt insgesamt vier. Okay, okay. Der führt es bestimmt in der Mitte. Ah, Frühschicht, sechs Stunden ist doch super eigentlich, oder? Okay. 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 Tja, wo ist der vierte? Nicht wirklich, weil du wirklich Minus machst. Hm. Also, außen, 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 ist der letzte in der Mitte? Würde ich doch glatt behaupten, oder? Okay. So, let's in der Mitte. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schaut, dass ich einfach oben drüber kann Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie komm ich in die verkackte Mitte? Wie komm ich in die verkackte Mitte? Mann ey, nie ist da was Gutes drin. Ah ja, da ist das Ding. Frage ist, wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein, Mann? Von der Seite. Da. 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 Das war ein Golem. Weiß ich, ob hier wieder ein Golem ist. Das war ein Golem. Ich habe beim letzten Mal direkt den richtigen Weg genommen. Dieses Mal safe nicht. Doch, lol. Es ist wieder so einer. Höchste Dev, höchste Dev, höchste Dev. Acht. Fünf. Ich muss mich echt mal um die Dev kümmern. Ah, ne, ich hatte eine Hose hier. Was ist denn sein Ding? 49er, ich habe doch irgendein 60er hier. Oh, Mann. Das ist ein Gamma, ne, guck mal wieviel Schaden ich bei einem Gamma mache. Gamma ist der stärkste, die Waffe ist crazy stark, Hilfe. Block Jenga, hab ich noch irgendeine Waffe, die ich, kann ich die eigentlich fusen? Ja, kann ich, cool. Die Sucht klingt richtig, ja. Bei dem Schloss, äh, Labyrinth, was ich schon hab, gab's die Ganon-Maske. Also entweder gibt's hier jetzt das Ganon-Set oder nochmal was ganz anderes. Okay, es gibt tatsächlich das Ganon-Set. Das bedeutet, im letzten Irrschloss, wo ich nicht hinkomme, oder ich weiß zumindest nicht wie, wird die das letzte sein. Ich werde da hin, ich werde da hinfliegen müssen, mit einem Ballon oder so. Ich werde da hinfliegen müssen, mit einem Ballon oder so. Ja. 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 Drei Zusatzbatterien, wie viel ich jetzt schon habe. Zwei, ein Drittel. Und das ist noch nicht mal die Hälfte. Es ist noch nicht mal ein Drittel. Es ist gerade mal so ein Viertel. Ich hatte doch irgendwo eine Mine. Hier, ne? Wo ich Sonanium verkaufen konnte. Wo ich bin, wo ich bin. 150 wäre wieder eine battery Ich würde voll gerne die beiden Kreuze da noch haben Oh man es ist so viel zu tun Ich bin komplett überfordert mit dem was ich tun soll Am liebsten würde ich erst mal das Himmelsschloss abschließen Das hier glaube ich Damit ich das weg habe Ich will das einfach nur weg haben Ich glaube das mache ich auch Das ist das erste was ich mache Ich mache dieses Irrschloss da oben weg Sonst mache ich mich das noch irre Die Jägers, die Drachen, der ganze Untergrund Die ganzen Schreine Content genug ja Bis 2. Juni müssen wir durch sein Da muss ich auch noch hin Da komme ich bestimmt nur mit einem herabfallenden Stein hin Jetzt Ich hoffe da ich bis zu dieser Dingsbums komme Das hat ja beim letzten Mal nicht funktioniert Sonst würde ich mir Energie Sonst würde ich mir Energie Essen machen Das schaffe ich nicht Das schaffe ich nicht Das schaffe ich nicht Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist das? Reckengewand. Nee, hab ich nicht. Jetzt habe ich zwei kleine Ausdauersachen. Reicht das? Reicht das? Reicht das. Reicht das? Wenn du mir sagst, was mir das bringt, was kann ich damit? Okay, dann hau mal raus. Ich bin ganz ohr. 50 Stärke war es im BOTW. Die Akala Rüstung war die beste. Die hatte 28, 56, 84, ja, Verteidigung. Und die Barbarin Rüstung hatte 60. 50 ist also echt nicht gut. 50 Def, nur das Schirrat. Ja, dann hau mal raus. Das ist im Thronsaal. Okay, kann ich da einfach rein, oder muss ich da kämpfen? Also selbst wann trifft er mich denn jedes Mal? Eben hat er mich nicht einmal getroffen. Hm. Okay. 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 Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Also wenn ich jetzt nicht schaffe, dann flippe ich aus. Das war's für heute. Übermut zum Sprung. Das klingt auch nach mir. Das finde ich sehr, sehr cool. Das war's für heute. 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 Ganz oben. Das war's für heute. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, ich glaube, das ist gut. Jo. Komisch. Jetzt bin ich da hinten rum, den ganzen Weg wieder zurück. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Dass die das einem anzeigen. Wieso check ich so etwas wieder erst beim dritten Labyrinth? ganz oben links das ist halt dann auch zu einfach man ich war vorher richtig richtiger big brain hab das alles alleine gemacht und jetzt seh ich dass es einfach angezeigt wird es wird einfach angezeigt damit das auch wirklich jeder Huns und Kunz hinkriegt man da fällt mir nicht das soll doch ein bisschen challenging sein oder nicht das ist zu einfach das ist zu einfach wenn man dann auch vorgekauft bekommt wo man hin muss oder oder liegt es auch am Sensor den du nicht hast oh oh ich hoffe nicht oder hoffe ich ja oh schwierig ja oh Gott ey ich muss den ganzen Weg zurück kann ich am besten porten glaube ich ja da kann ich besser porten muss der nicht auf die Karte kauen nee Säbe so nicht so nicht stell dir vor du fährst zum Mediamarkt in einer fremden Stadt und weiß nicht wie du da hinkommst fährst dann auch einfach nur auf gut Glück bis du es gefunden hast nee also so nicht wenn ich doch die Möglichkeit habe nachzugucken dann mache ich das auch das ist ja dann nicht mein Fehler das sei das Spiel so einfach ist oh hey so Hallo, willkommen. Was ist falsch mit dem Titel? Ich finde, der Titel ist komplett richtig. Hallo Melina, wie geht's dir? Ich habe ein kleines bisschen Kopfweh, ich saß eben beim ersten drei Stunden komplett in der Sonne, ganz leicht Sonnenstich gekriegt, aber sonst, das freut mich, dass wenigstens einer über den Titel lachen kann, Malta. So, Labyrinthe aus den Schuhen, Labyrinthe fertig. Das erfreut mein Herz. So, Labyrinthe aus den Schuhen, Labyrinthe. So, 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 Labyrinthe. Hör doch mal auf, dich die ganze Zeit zu bewegen, du Sack. Ich kann doch gar nicht treffen. Ich kann doch gar nicht. was für eine starke waffe nicht irgendwas verbinden konstrukt kopf konstrukt kopf labyrinthe abgeschlossen mit den krassen waffen die ich habe wird es langsam zeit die drachen zu machen ich würde sagen das wird die mission für morgen die drachen morgen gehen wir an die drachen ran tarnung und knochenwaffen hoch und jetzt schnell in den thronsaal noch ein schreien holen und die rüstung und jetzt schnell in den thronsaal dann schnell in den thronsaal 5 Stunden Off-Stream gespielt. Also einfach oben in den Thronsaal rein, ja? Matt? Vor dem Thron die Fackeln machen. Danke, Matt. Das mache ich. Ich hoffe, ich habe Feuer. Wenn man so runter fällt, fühlt sich ein bisschen an wie Fortnite. Geht bald los bei dir. Bist schon aufgeregt? Denk dran, oben außerhalb ist noch ein Schrein. Also ein Schrein hinten habe ich schon. Sonst sehe ich hier nichts. Den einen Schrein da unten habe ich schon. Hier ist noch einer. Was ist das für ein Bogen? Schattenbogen. detect��다. Es hat nichts. Schrein. 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 Schrein, Schrein. Schrein. Was ist das? Okay. Neues Reckengewand. Okay. Hast du Speed oder Trick Room oder gemischt oder weder noch? Hast du Wetter? 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 Weiß Drachen Schuppen. 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 Das ist der Wahrheit. Weißt du, wo die Zora-Maske ist, Matt? Weißdrachenschuppen, ey. Einen Typen habe ich schon zweimal abgeschossen, ich habe einmal auf die Schuppe gekocht gegangen. Oh. 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 Ich habe das Gefühl, dass es nicht so ist wie in BOTW, dass du zu einer bestimmten Zeit an bestimmten Gebieten immer den Drachen findest. Ich habe das Gefühl, dass es hier komplett random ist, wann der Drache irgendwo irgendwie ist. Es sind ja jetzt auch irgendwie vier. Ab in den Abgrund, da gefällt es mir am besten. Was habe ich denn da markiert? Nochmal so einen Kieger, für einen Kieger-Zahn wäre auch super. 300 habe ich schon. Können wir gleich mal einkaufen. Hm. Ja. 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 Ich hatte das schon mal eingangs gesagt des Streams. Es fühlt sich an wie, oder war es heute Morgen? Es fühlt sich an wie der Nether bei Minecraft. Ja. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Mal kurz gucken, tatsächlich, verrückt oder? Oh, Mine wieder? Yes, Mine. Mine heißt Truhe und Truhe heißt eins von den beiden, ja, irgendein Kleidungsstück. Oder auch nicht. Bis ich hier die ganzen So-No-Dinger holen. Irgendwann kommt der Tag, wo ich mal alles abklappern werde, nur für So-No-Energy. Mine im Donnerhontal. Eigentlich muss ich auch mal so durchgehen. Und dann alle Minen, die ich schon gefunden habe, bevor ich wusste, was es bedeutet. Und dann geht's. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wie süchtig bist du? Dafür, dass du mir zwei Wochen in den Ohren gehangen hast, mit dass du Bock auf Zelda hast, müsst du eigentlich 24-7 an der Konsole hängen. Enttäusch mich nicht. Heute noch gar nicht gespielt, wird übelst enttäuscht. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so enttäuscht war. Also ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal so enttäuscht war. Noch Energiefutter? Nein. 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 4 herzen sonst nur ausdauer wie viel ausdauer hast du ihr seid ja auch lu süchtig das noch schlimmer ich habe echt kopfschmerzen würde ich glaube ich bis heute nicht so ein langer stream ich schaffe die scheiß wand hier nicht klettern heute klettern ist das spaßigste im zelda energie macht bock macht übel laune die wand sieht gar nicht so hoch aus nicht so hoch ausdauer doch seit heute morgen kopfschmerzen für was denn eine halbe stunde später ich hänge immer noch an dieser pelzwand aber ich glaube diesmal schau es war doch einfach das war doch ein klacks ja 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 Hut, hut, los, yuk, ot, 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 Ja. Ey, nämä van ättä... Varmutkai... ...tele. Hyvetelö kääntä... Iyakki... ...tele. Hyvetelö... ...tele. ...tele. Hyvetelö... Da ist er doch. Oberteil für Maddy und dich? Bin ich aber gespannt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was? Was? Sollen wir den Stein hier mal folgen? Den Zora Stein? warum man es damit auch sich hat ja meine ruto aha wer kennt noch prinzessin ruto das ist bestimmt die zora maske kommen im ruhtotal das ist ein jäger das war wohl ein schuss in den ofen das hat Das war's für heute. Ich bin gespannt, wo es hier hingeht. Wir sind erst mal 40 ... Aha, irgendeine ... Aha, aha, aha. Erst mal gucken. Okay, hier ist der Zora-Schrein. Wir sind ja genau unter Zora. Das ist irgendeine Mine. Boden. Schön wässrig, ja. Wie doll würde ich es fühlen, wenn jetzt einfach so ein Oktopus unterm Wasser wäre und mich angreifen würde. Und ich mir richtig in die Hose scheißen würde. So. Okay. Okay. Klipp des Monats, ja, safe. Leider gibt es hier gar nichts Böses im Wasser. Das fehlt noch so ein bisschen. Ach, das ist schon hier ein Versteck, oder wie? Okay. Weiß ich noch nicht selber, ich habe Kopfschmerzen. Mach nicht so lang. Da oben sehe ich 20 Ehrlichter. Und die brauche ich. Soll ich das jetzt machen? Ich glaube, ich möchte da hoch. Da oben waren 20 Ehrlichter. 20 Ehrlichter, da gehe ich 20 mal steil. 12 Ehrlichter. Untertitelung des ZDF, 2020 Sind nix umsonst Hier gehts was umsonst, wusste ich doch Mann, ich will nicht so'n Scheiß Ich will was geiles Mann So'n Scheiß braucht niemand Mann als ob hier einfach so was rumliegt aber einzelne ja sonst gibt es hier nix mehr spannendes leider ich bin echt mehr erhofft hier echt ernüchternd aha da sind diese boss der auktor den habe ich doch schon ich muss mich wundert wo ist die knospe komisch irgendwo müsste ja auch die also ich weiß ja gar nicht ob alle boss noch mal kommen bisher habe ich gesehen okto und den von den ornys aber ist jetzt halt das zweite mal der okto und mich würde interessieren was dafür für dinger drin sind was dafür items drin sind so war den hier mal machen 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 mal den mal machen einfach weil ich wissen will was der als belohnung gibt ich habe schon übertrieben starke war für vorher nicht elektro wäre wahrscheinlich gut ich weiß gar nicht wer, ach klar der hat einfach das gleiche gemacht nur mit so einem scheiß ich bin Okay. Scheiße. Kann ich im Wasser Pfeil machen? Ich bin es doch noch nicht ausprobiert. So ein? Hm. Ja, in so einem Kampf soll ich doof werden, solange es hier dauert. Okay. 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 So ein Frosch. Kann mich nicht erinnern. Da bin ich gespannt, was drin ist. Also wenn da jetzt nur eine verkackte Waffe drin ist, ne? Da muss was cooles drin sein. Okay. Okay. Würde ich die nicht machen. Da gibt es einfachere Wege, sich das zu sammeln, anstatt das hier. Bin ich early. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass hier jetzt ein Schrein ist. Hat sich ja gelohnt. Boah, ne. Null. Und das war der einfache. Jetzt stell dir mal vor, das ist die Heuschrecke. Also den Okto würde ich vielleicht sogar immer machen. Da lohnt es sich noch irgendwie. Aber die anderen? Ne. Nicht die Heuschrecke. Du weißt doch noch gar nicht, worum es geht, oder? Wo geht die Heuschrecke. kein schimmer wünsche ganz viel spaß weil wir keinen schimmer haben da die höhle ich habe halt auch einfach ein riecher für die höhlen einfach ein riecher riecherlu ja ja Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das muss ich ja machen. Muss ich ja was machen? Das war's für heute. 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 Okay. Schwitzer? Nein. Süchtig. Das ist was anderes. Aber frag nicht wie. Das ist auch nicht die äh. Ist auch nicht die richtige Höhle hier. Vielleicht ist er diese Höhle. Das ist die Höhle. Feuer, ich brenne die ganze Höhle ab, wenn es sein muss. Ach ja, hier ist er Nesrig. Ich bin Ruhe. Ist das nicht die, wo ich eben schon drin war? Oh die Scheiße. Voll so voll, als würde ich die Höhle hier kennen. Ja, was ist die? Hä? Anderer Eingang, gleicher, hä? Ich bin verwirrt. Jetzt habe ich den Weg da eben nicht gesehen. Okay, drei Eingänge von der Seite. Ich guck mal auf der anderen Seite. Kann ja nicht sein. Das ist nervig, dass man da immer Ewigkeiten suchen muss. Ich guck mal auf der anderen Seite. Ich guck mal auf der anderen Seite. Ich guck mal auf der anderen Seite. Wo ist die Scheißhöhle? Ich guck mal auf der anderen Seite. Ich guck mal auf der anderen Seite. Aber, du würdest sie endlich oberen? Untertitelung des ZDF, 2020 voller ausschlag vom schreien aber keine ahnung wo ich sein muss nervig das nervig echt übel da steht es auch 95 schreien habe ich und 40 wurzeln 80 wurzeln fehlen noch und 40 43 schreine naja ich weiß auch das tiefer ist was ich machen im regen sehe ich natürlich auch richtig viel da ist nirgends so ein eingang das macht mich irre ich höre die scheiß rüstung nicht an doch schwimm hoch tiefer er sagte an ganz unten ganz unten oder hier hier bin ich eben schon lange geflogen hier Aber hier sehe ich auch keine Höhlen. Schwierig. Schwieriger Schreien. 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 Ich bin durch. Ich suche jetzt diesen scheiß Schreien. Dann geht's morgen weiter. Schreien. Schreien. Was soll ja eine Höhle? Hier ist eine Höhle. Das könnte es auch sein. Hier war ich ja schon mal drin. Vielleicht einen anderen Weg. Ja. Hallo, Belia. Ach komm, das darf doch noch nicht gewesen sein. Das war es doch noch nicht. Ich weigere mich, zu akzeptieren, dass das schon war. Boah, Junge, Junge, Junge. Ne, ich raide nicht. Ah, abgeschlossen. Ich weiß nicht, welche Höhle es ist. Wie ich da hinkomme. Keine Ahnung. Wir machen morgen weiter. Ich habe gerade hier die Krogmaske gefunden. Ich werde dazu auf jeden Fall mal ein Video machen. Das lohnt sich. Moin Cat. Und der Plan für heute, für dieses Video ist die Jiga Bande auszuhebeln. Weil, obwohl, will ich schon sagen, was man bekommt. Ne, bleibt dran, dann seht ihr, was man bekommt. Und wenn man das Jiga Set hat, dann kommt man ins Jiga Versteck. Und dort kriegt man sowohl noch ein Rüstungsteil, was ich haben will, als auch noch etwas, was ich haben möchte. Äh, und, äh, das machen wir jetzt, ich hole jetzt eben die Ehrlichter und dann geht's direkt los. Ich habe mir die Jiga Punkte schon markiert. Cat, wie geht's dir? So, also, ein Jiga Punkt hatte ich ja schon gemacht, ne, der ist hier oben gewesen. Hier oben beim Akala Institut war das erste Jiga Versteckte, da hatte ich ja die Rüstung bekommen von, also das. Körper, ähm, die Körperrüstung von den Jägers. Und das nächste ist hier in dem alten Haus von dem König, von Brussels Wald. Da müssen wir jetzt mal eben hinfliegen, das ist ein ganz schönes Stück. Fliegen wir am besten von hier aus oder ich lauf von hier? Ich lauf von hier, noch besser. Mit der Croc-Maske hoffe ich, dass ich jetzt endlich mal ein paar mehr Croc-Samen finde. Die habe ich auch ganz durch Zufall gefunden, weil ich mich unten ein bisschen im Untergrund umgeguckt habe. Die würde das wahrscheinlich die ganze Zeit ausschlagen, weil so bei tausend Crocs alle auf der Overworld. Die nehmen wir mit. Oh, die Pille. Oh, nö, nicht schon wieder die. Langsam gehen die mir echt ein bisschen auf die Nerven. Und zum Glück habe ich mittlerweile so viel Ausdauer, dass ich den weglaufen kann. Die nerven echt, die sollen weg. Ich habe nochmal ein paar Schreine gemacht offline. Aber auch nicht viele, ich glaube zwei oder drei. Ich habe genug Majoi-Siegel, um da auch nochmal zu Kolten zu gehen. Aber der Kollege da von Kilten. Kolten heißt der, glaube ich. Kalten? Kolten? Irgendwie sowas. Das will ich auf jeden Fall machen. Oh. Croc-Y. Frage ist Bo. Ich will jetzt noch nicht jedes Mal eine halbe Stunde verschwenden, um einen Croc zu suchen. Aber mal... Ah, da! Oder? Ja, das ist es. Ich weiß nicht, ob er deswegen am Bewegen ist, aber hier ist auf jeden Fall einer. Äh, so einen habe ich schon mal gesehen. Da muss ich den eigentlich mit der Kraft vom Wasser zurückhauen. Das habe ich hier keinen. Ah, guck mal da. Bestimmt mit dem. Den fuse ich da dran. Und dann lasse ich den einfach fallen oder so. Oh! Hallo Mari! Pum! Fie geht zur, la, la. gestern abend ging es meinem kopf wieder gut jetzt habe ich ganz ganz leicht kopfschmerzen also alles im rahmen alles gut okay jetzt sind wir es gibt es ja auch noch ein schrein schreinsensor könnte ich auch mal ein video obwohl man kriegt ja eigentlich automatisch glaubt dazu mache ich kein video ich habe den zwar nicht bekommen weil ich die quest nicht abgeschlossen aber wo das eine kiste die will ich auch aber wo soll ich ein schrein sein drei donnerblumen ist das ein wink mit dem zaunfall vielleicht ist hier irgendwo eine höhle tiefer ja okay da ist noch mal ein krok es ist wirklich wenn man sich auf der oberwalt ein bisschen umguckt dann stolpern stolpert man über ein von einer aufgabe übernächster über die nächste aufgabe was da hinten okay das machen wir auf jeden fall und dann wieder hin zurück und den schrein holen und dann rieger aus der hülle zurück auf dem weg nach hause habt ihr denn wenigstens auch was eingekauft ich finde es am schlimmsten wenn man dann dahin geht und dann wird nichtmals irgendwie was gekauft dass man völlig umsonst da war ich dachte ihr seid erst um 15 uhr wieder zurück hast du deine frau wieder gescheucht ja nur durch so ein baum geweckt wo war denn jetzt der rauch nochmal ja einfach mal ein stückchen weiter ich meine das war in die richtung ja hot dogs oh man ey er war ruhig innerlich hat er bestimmt gebrodelt ja okay ja ja Wo ist denn dein Freund? Ich sehe deinen Rauch nicht mehr. So, hier den Weg hoch. Einfach noch ein Stückchen weiter. Die Komore? Okay, zurück zum Schrein. Ich glaube da unten in Ruin ist bestimmt eine Höhle. Irgendwo eine Höhle. Ich dachte vielleicht hier am Wasser irgendwie. Das da? Oder am Brunnen würde ja auch gehen. Ja, 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 ja. Hier tiefer. Wie soll ich denn tiefer kommen? Mann. Muss irgendwo eine Höhle sein. Weiß ich übrigens immer noch nicht, wie ich das in der ersten Folge gemacht habe, dass mir die Höhlen angezeigt wurden. Ich dachte vielleicht hier unten irgendwo ein Weg rein, neuerdings. ist. Ja, das sieht doch gut aus. Oh ne, das ist Wasser. Aha, war doch richtig. Super. Sein Blick sagt immer als tausend Worte. So. Oh. Nein. Okay. Okay. Komm dorthin, wo ich bin. Zu der Ruin des Tempels der Zeit. Folge den Weg zum Platon um Süden. Das ist die, das ist die, das ist die Quest. Okay. Müssen wir uns merken für ein extra, für ein extra Video. Es ist hier schon wieder ein Krok. Ich sag ja, du läufst 5 Meter, dann hast schon wieder das nächste Problem. Das ist aber nicht, nicht das für ein Schrein. Hier. Okay, ich, ich, ich. Wir driften kurz ab. Zum Tempel der Zeit. Ach, da könnte ich mir eigentlich... Da ist der. Frage ist, wo ist der Eingang dazu? Ach, Junge. Okay, erst mal Tempel der Zeit. Bis 14 Uhr dann Feierabend. Sehr schön, Madi. Das schaffst du. Keine zwei Stunden mehr. Endspurt. ... ... ... ... ... hier ist eine kiste Königsschild Ja nehme ich mit Mit der sprechen? Ein Ruf aus der Tiefe Die vier Abgründe auf diesem Plateau zu denen ich dich führte Lass meine Augen die du dort vorfindest in die Abgründe fallen Scheiße wir wollten eigentlich die Jäger machen jetzt werde ich hier abgelenkt Jetzt werde ich hier abgelenkt aber müssen wir machen Was soll ich euch sagen Also wir können hier auf jeden Fall eine Jäger eben machen Ist ja auf dem Weg Aber Mist Das mache ich eben Jetzt ist schon wieder ein Schrein Ich kacke ab wie viele Schreine sind hier Und wie öffne ich die alle? Hier ist schon wieder ein Krok Hilfe ey ist zu viel! Keine Ahnung Kurz kämpfen Vor dem muss man ein bisschen aufpassen. Der kann ganz schön stark sein. Kann. Wie die Filmfestspielstätte. So, da haben wir die Maske. Das wird eine Doppelfolge. Jäger und die Schreine. Also die Dingsbumsdinger. Junge, Junge. Das ist ein Berg. Fällt mir ein. Ich habe jetzt die Kletterhose und Dingsbums. Aber das ist schon ein massiver Berg. Schaffe ich den? Jetzt muss hier mal Kletterling rauskommen. Ich habe Mittwoch und Freitag Urlaub. Würde es mit der Rüstung nicht auch Sinn machen, wenn das Hochspringen hier weniger Energie kosten würde. Irgendwie. So, wie? Was für Augen finde ich jetzt hier vor? Die ich hier runterwerfen soll? Das? Ah ne, hier. Mal ein Eintrag. Ein Auge nach dem Quochen. Okay, ein Auge fertig. Ab zum nächsten. Ich werde dafür ja belohnt. Also, mit der Belohnung, da mache ich einiges hier. Solange es nicht wieder irgendein richtiger Rotz ist. Du musst es im Geschäft sehr viel mit dem Hammer arbeiten. Ich glaube nicht, dass das so gut ist. Die Kombination du und den Hammer. Wieso ist hier warm, wenn hier Schnee ist? Hier ist doch was falsch. Weiß auch nicht, wo der Schrein sein soll, der hier ausschlägt. Hier unten, drunter. Viel echt in Bergen drin. Was immer wieder schwierig macht, den Eingang zu finden. Zum Glück sind es nicht so viele, die in den Bergen sind. Aber es ist schon nervig. Bin ich early. Kein Bock, immer wieder in den Bergeingang zu suchen. Wenn ich wenigstens wissen würde, wie diese Mechanik geht, dass mir die Eingänge angezeigt werden. Aber die Eingänge selber suchen, ey. Gar kein Bock. Hallo, Chin. Chin, hast du Bock auf eine Google-Suche für mich? Es gibt ein Pferd, das heißt irgendwie Herr des Waldes oder sowas. Auch hier in Tears of the Kingdom. Und wenn man den sieht, dann werden einem alle Höhlen angezeigt. Und ich würde gerne wissen, ob man das irgendwie forcen... Wohin will ich überhaupt? Ob man das irgendwie forcen kann, diesen Herr des Waldes zu finden, um sich die Höhlen anzeigen zu lassen. Hier oben ist bestimmt ein Krog, deswegen gehe ich mal hier hoch. Ich glaube, hier einfach gar nichts ist. Okay, eine Waffe. Jetzt der Krog, sehr gut. Irgendwie Höhlen anzeigen lassen. Was wetten wir, dass das Auge eingefroren ist? Ich glaube, dass durch die Waffen das Schmelzen schneller gemacht wurde. Das war ein Bracer so ellenlang, dass das Wasser geschmolzen ist mit einer Feuerwaffe. Das geht hier gefühlt schneller jetzt. Da ist es. Und... Ciao. Toll. Genau in der Mitte des Sees ist ein Krog. Wie soll ich den denn kriegen? Das ist Eisee. Kack drauf. Also der Krog-Sammler, das mache ich, wenn überhaupt, mache ich Krog-Sammeln echt, wenn ich alles durch habe. Krog-Sammeln geht mir eigentlich so am Arsch vorbei. Also wenn ich irgendwo einen sehe, dann nehme ich den mit, klar. Auch diese Doppeldinger. Aber... Ich... Ne, ich packe da jetzt nicht so viel Energie rein, dass sich das irgendwie aufhält. So was zum Beispiel. Wenn ich das sehe, dann gehe ich da natürlich hin, aber... Obwohl ich bin gestern auch an vielen Krogs vorbeigeflogen. mit dem ganzen Stein auf dem Boden und so. Oh. Ähm. Ohne Pfeile. Wie mache ich das denn ohne Pfeile? Und wieso habe ich keine Pfeile mehr? Ja. Schade. Ich wollte mir gerade gucken, ob hier eine Höhle ist. Links rum. Boah, könnte sogar sein, ne? Oder? Keine Ahnung. Vielleicht muss ich ja auch ins Loch springen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gefühlt ja, ne? Aber da ist irgend so ein Eingang. Warte mal. Großen Hämmern. Also ich muss sagen, wenn ich Nägel in die Wand haue oder so oder in Holz, der erste Schlag auf den Nagel, den mache ich nie hart, also ich kann mich gar nicht verletzen. Weil ich nie einen harten Schlag mit dem Hammer mache, während mein Daumen da in der Nähe ist. Sondern ganz leicht, bis er festsitzt und dann balle ich drauf. Deswegen, mir könnte sowas gar nicht passieren. Vorschlaghammer. Wie soll das Pferd heißen? Das ist der Herr des Waldes oder so. Gött-Gott-Pferd oder sowas. Das ist so ein leuchtender. So ein leuchtendes Pferd ist das. Ist natürlich schwierig für dich danach zu suchen, wenn du dich nicht gut mit Zelda auskennst, ne? Nun musst du sie nur noch zum Ursprung der Stämmen im Untergrund bringen. So ein leuchtendes Pferd. Verlassene Zentralmine. Da soll das hin. Du blöder Sack. Okay, der Weg ist nicht allzu weit, das kriegen wir hin. Zwar viermal, aber gut. Dann ist das so. Herr der Wildnis. Könnt sein, ja. Okay. Dann, wer da. Dann, wer die Jp 1. Ja. Dann, wer die Jp 1. Und dann wir wieder hin. Dann, wer die Jp 1. für die leute auf youtube spult eine halbe stunde vor das dauert bis ich alle vier da habe hilfe wo ging der noch mal die treppe hoch was hier meinst du das ist dieselbe wie bei botw richtig im groben ja aber die haben da vieles geändert also du kannst jetzt nicht was die vor allem die höhlen sind alle neu die höhlen gab es nicht bei botw datori berg ja das weiß ich aber der ist mir einfach irgendwo random begegnet gibt es denn auch hier in theotica ja aber ne 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 der ist ja random irgendwo auf dem weg begegnet das ist halt das komische und dann was habe ich denn gemacht ja jedenfalls habe ich abgeschossen oder so keine ahnung irgendwas habe ich gemacht und dann wurde mir kurze zeit alle höhlen in der umgebung angezeigt ich glaube hier ist falsch habe ich da noch mal zu einem magier du das unterirdisch aber was ist hier eigentlich hier kommt bestimmt später das geschenken bin ich da noch mal zu dem magier gekommen da hinten runter deswegen hat er auch vier augen checks jetzt ich jetzt ich jetzt ich 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 war das das? ne, das ne das ist ja dahin Avocado Style, danke für den Follow Moin Moin Hämmern Geh mal Hämmern Cat, viel Spaß Ihr lichter einsammeln, wer weiß, was ich da gleich kaufen kann Vielleicht kann ich was richtig heftiges kaufen Gott, wie soll ich den denn hier wegbekommen Vielleicht war das so random, dass das bei mir passiert ist Dass das sonst noch niemandem passiert ist Und niemand weiß, wie man das auslöst Kann echt sein Dann lass es Dann ist das halt so Muss ich hier wegfliegen? Würde auf jeden Fall am meisten Sinn machen Als dass ich hier mich quäle Dann ist das halt so Hatte ich hier nicht eben auch Oder? Das würde Perfekter Flug direkt in die Schleuse da rein Und das Flugzeug behalte ich am besten Anstatt da ich den ganzen Weg hier mal lasche Das braucht ganz schön viel Batterie Wie das Ding Ist leicht schön Mann, bin ich gespannt, was der mir gibt Wehe, der gibt mir wieder irgendeine Kacke Dann bin ich sauer Dannst du Dannst du Was ist das? Oh, wo ist mein dritter Motor? Den hat Sascha-Lat. Ich hoffe, das geht jetzt noch mit nur zwei. Nö. Hm. Habe ich noch einen Motor? Nö. Ich könnte mir so ein Ding machen. Komme ich hier links weg? So mach. Mann kostet das Ding Energie der Vogel. Ich glaube ich lande hier mal kurz um Energie zu tanken, obwohl wenn ich lande komme ich wieder nicht hoch ne? Problem. Jetzt ist das hier auch noch dunkel. Die Knospe hier nicht. Eigentlich sollte hier direkt ne Knospe sein. Auch. Junge war das knapp. Wo ist meine Leuchthose? Ach Gott da unten. Okay, da ist ein Aufzug. Kann ich mit der Bahn fahren? Ein Stück. Ich meine immerhin ein Stück ne? Ach komm ich nur in die Bahn. Ach was willst du denn? Ach komm. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Boah vielleicht fühlt die mich sogar direkt in die Mine. Ich bin ja das her. Nice. Ne. Das Ende aber. Ich kann nochmal ein Stück weiter. Boah mit Raketenantrieb. Ach komm. Ach komm. dass der vorne immer drauf sprengt das nervig irgendwie das war weg ein gutes stück geschafft das hat sich gelohnt bis hier rein das war super ich bin direkt bei dem das war ja wie als wäre das so gewollt was natürlich ja 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 das ist das eine maloeerei richtig arbeit im akkord Eins noch! Guck mal, da ist ein Schrein! Okay, easy! Ich stelle euch vor, durch das Porten wird alles zurückgesetzt und ich muss alles nochmal neu machen, inklusive die Augen runterwerfen! Okay, ich könnte laufen... Fliegen und fahren... Hm... Ich glaube, ich laufe einfach. Das ist für mich irgendwie die sichere Variante. Dauert wahrscheinlich länger, aber... Am Ende verliere ich das Auge noch, dann rollt das in irgendeinen Abgrund, wo ich es nicht mehr rauskriege. Ich laufe einfach. Ich kenne mein Glück. Zu oft schon passiert so ein Kack. Boah, ich hätte auch voll gern diese Riesen-Ihrlichter da noch. Das sind 40 Irrlicht. Ich glaube, der Umweg ist nicht mal ein Umweg. Ne, liegt auch im Weg. Mach euch! Mach euch! Das war mein Glück. Ja, das lohnt sich. 40. Einfach so. Ist das vielleicht schneller? Fühlt sich schneller an, oder? Oh. Ey, wehe. Das gibt nicht den übelsten Schatz überhaupt. So eine richtig, richtig, richtig schweinegeile Rüstung. Oh nö, war ein zu tief. Ach. 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 Der hat den Durchblick. 100 Rubine. Herzcontainer, Ausdorncontainer. Ach. 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 Der war unbelohnt. Ne. Finde ich nicht gut. Hätte jetzt gesagt. Hätte jetzt gesagt. Hätsel clothes muss ich nicht neu. Was hat das jemand bekannt haben? Ach. Das ist ein Gag oder der das ist aber okay. Okay. lich ist ja das richtig auch gar nicht. ist mit finster klumpen und donnerblumen schade ich dachte ich könnte noch coole sachen kaufen schatten gewandt himmels gewandt habe ich habe ich habe ich habe ich schade okay aber noch mal okay okay das war okay dann machen wir jetzt die jäger weiter auch schade ich dachte es ist schon cool aber ich dachte es wäre belohnender okay zum nächsten die jäger ding der ist da wenigstens wird das siegerversteck belohnt wo bin ich denn fisch ist ich nehme nicht die feuer war für die feuer kann ich noch gebrauchen das schwede bin ich hier alter muss ich durch den ganzen berg schwimmen raus hier raus hier ab zu grün ich glaube übrigens dass diese maioi siegel viecher nicht respawn weil immer wenn man den in der höhle eingesammelt hat dann kriegt die höhle so einen kleinen check und ich denke mal dass es heißt dann da hat man diesen maioi schon eingesammelt auch wenn die auf dem lia schild will ich nicht unbedingt rum surfen dann finden wir das ja hier ist das nächste jägerversteck hier ist das nächste jägerversteck ich denke heute abend am stream werde ich mich echt mal aktiv darum bemühen dass meine rüstung stärker wird ist ja echt schwach was ich für billige rüstung habe komm mal mehr komm mal mehr Macht ja schon weniger Schaden. Oh, Wutrubine. Ich glaube, die mache ich mal kaputt, weil ich habe gar keine Pfeile. Oh, Wutrubine. Ein paar Bananen. Saphir und Diamant. Das war, also, das war richtig crazy. Wo ist die Rüstung? Da bin ich reingekommen. Hier. Ah, hier ist der. Majoi. Majoi. Schon alle Schreine? Moin Togusch. Nein. Ich habe nicht alle Schreine. Ich habe nicht alle Schreine. Miss. Aha. Da ist der Kollege. Kollegin. Ja, ich habe 100 Schreine. Mir fehlen noch 12 in der Luft und 20 am Boden. So, komplettes Jäger Set am Start. Let's go. Jetzt geht es ab zu den Jägers. Die sind hier. Die Jäger Questline ist echt kurz eigentlich. Man geht in die drei Verstecke, verkloppt die beiden Typen und holt sich die drei Jäger-Kleidungsstücke. Dann geht man hier hin in den Siegerversteck. Macht dort ein Minigame und dann war es das schon. Wenn ich eine vier Dungeon-Bosse findest du am schwersten. Mit Abstand. Mit weitem Abstand die Heuschrecke. Bin ich hier? 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 Hier ist auch noch ein Schrein drin. Das wusste ich nicht. In Ordnung, du kannst rein. Was geht? Ja, und ich habe gehört, hier soll es, genau, Sachen zu kaufen geben. Günstig. Ist das du? Schwerter. Die Arme, dass sie sich ihre Ausstattung selber kaufen müssen. Ich würde das Ding da gerne aufmachen, glaube ich. Na, das hat sich ja gelohnt. Oh mein Gott, ich habe mich fast selber getrunken. Alles gut, ich lebe noch. Alter, wie viele? Ja, das ist meine letzte Bombe. Ich bin aber auch so lucky, er hat mit der letzten Bombe geschafft. Dafür? Ich bin sauer. Aber auch bin ich sauer. Dafür habe ich acht Donnerblumen weggehauen. Das war's. So sauer. Wieder mit Link. Ja, diesen Helm kann man bekommen. Dafür muss ich innerhalb von einer Minute neun Gegner killen. Und der zweite Preis ist noch besser. Das war schon Ende, das war alles? Das war aber keine Minute. Okay, man muss das dreimal machen. Gigastoff. Jetzt muss ich sechs machen, das ist easy. Mit der starken Waffe. Hier sind alle Two Hits. Aber jetzt die nächste Belohnung ist die, wieso ich hier bin. Kriege ich die ganze Zeit eigentlich auch. Neuer Rekord. Ah. Ups. Jetzt. Die letzte Team Rocket ausbilden. Ich bin jetzt auch einer von denen. Guckt, was ich jetzt bekomme. Ah. Erdmanipulation Anleitung. Diese esoterisch angehauchte Anleitung offenbart, die nur von Jägeroffizieren beherrschte Technik, der Erdmanipulation und ermöglicht aufgeladene Angriffe ohne Waffe. Ah. Crazy? Ah, wir wollen die Blitz-Dingsbums hier natürlich auch noch, ne? Also, ich will die. Auch wenn es ein bisschen was kostet, aber das lohnt sich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn. Kopie, angefärkt von den Jäger, sehr schön, das haben wir, haben wir das Schreien, Rätsel, Ding, habe ich Ende gemacht und die Jägers, was ist das denn für eine Power-Folge gewesen und das in fast einer Stunde. Gibt es hier noch was zu klauen und ich frage mich, wo dieser komische Schreien sein soll, gibt es nichts zu klauen, schade, doch eine Schwerpannung, toll. Hier ist ja auch irgendwo ein Schreien. Hm. Hm. Hm, hm, hm. Guckt man hier noch durch? Kann man es vielleicht abfackeln, kann man es abfackeln? Let's go. Oh man, nur eine Kiste. Ist das gut? Ah, was heißt das? Kaufen, 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 nix. Ja, ich habe keine Ahnung, wo der Schreien sein soll. Hm. Hm, 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 hm. Jäger, fertig. Ich habe übrigens überlegt, das mit den Drachen werde ich nicht machen, weil die Drachen geben nur eine Träne der Erinnerung, das ist nur Storyzeug. Das gibt keine Belohnung, deswegen werde ich das sehr wahrscheinlich, wenn überhaupt, irgendwann mal Off-Stream machen oder in zwei Wochen oder so, wenn ich nichts mehr zu tun habe. Ich würde jetzt gerne die Kreuze ablaufen noch und ich würde gerne meine Rüstung verstärken. Erstmal zu einer Fee und dann Rüstung, äh, und dann die Kreuze. Schade, dass Master Schwert noch eine Fusion macht. Ohne Fusion? Was ist denn eine Fusion? Hm. Hm. Man kann das Master Schwert auch noch fusionieren. Ausprobieren. Das habe ich bisher noch gar nicht ausprobiert. Das geht? Tatsächlich. Plus 18 Stärke. Guck mal, wie das jetzt leuchtet. Kann man das noch mal fusionieren? Nee, schade. Das ist natürlich crazy. Äh, nee, weiß ich nicht. Wenn ich raten müsste, sind es 30. Weil das fühlt sich an wie 30. Und... Das hat sie ja auch in BOTW 30. Irgendwie so 30 würde ich sagen. Vielleicht sogar weniger. Moin Lebensziel Gaming. Ja, also die Jägerkacke geht weg. Kein Blitzschaden. Wenn ich auf hab. Ja, haben wir Pelzschaden. Ich sehe. No. Ich sehe mich nur mal. Ja. Du bist in BOTW 30. Ich sehe mich auch überraschend. Nun. Ja. Und. Da war die Jägerkacke. Hier ist wirklich ja nicht. Ich würde dich da unbedingt noch holen. Unbedingt. Mach das. Also. Es kommt ganz nah an meine Sucht ran von Elden Ring, muss ich sagen. Elden Ring hatte halt den Nachteil, dass es halt schwer ist. Aber was heißt Nachteil? Es ist halt schwer. Und das hier ist nicht so schwer. Aber von dem Erkundungstrang und so, Junge, Junge. Riesenleuchtsamen, Diamant, großes Onadium. Guck mal, das kann ich doch hinkriegen. Easy. Weißdrachenschuppen, ja. Ist der gerade am Himmel? Hat er nämlich Offstream eingeholt. Ich noch eine Schuppe krieg. Ich will auf jeden Fall noch so Giga-Leute killen. Ich werde jetzt heute, ich werde mal da hingehen. Beziehungsweise ich werde allgemein noch weiter erforschen. Forschen. Mittlerweile alles, einiges abgeschlossen. Die Irrschlösser, die Jäger, die Irrlichtschreine, die Minen. Ja, sehr gut. Gefällt mir. Ist sie nicht aktiviert? Doch, ist sie. Black Monday? Was heißt das, Maltham? Und moin moin. Hä? Was ist denn hier los? Abgelehnt? Einfach abgelehnt? Was heißt das, dass Leute entlassen werden? Dass Leute entlassen werden? Boah, ich werde heute Leute entlassen? Es tut mir leid. Hoffentlich du nicht. Hä? Das kriege ich ja gar nicht da dran. Was bringt das dann? Ich bin verwirrt. Egal, ich gehe mal weiter. Oh, hier ist so ein... Alter, gibt das viele. Wieso mache ich nicht immer 5 da rein? Gleiter, Rädchen, Rad, Rakete, Länge noch ins Konstruktionskopf. Ich mache nochmal 5. Nichtsdestotrotz werde ich aber jetzt mal weiter gehen. Auch wenn hier noch irgendwas ist, aber... Mache ich dann irgendwann mal. Wie komme ich hier weg aus dem Kack? Da lang. Da ist auch wieder was. Am besten wäre, wenn ich nochmal so ein Giga... Giga-Dinamax-Gegner sehe. Hm. Und ich hätte voll gerne das Leuchtset, Mann. Oh, da ist was. Ah ja, da ist die Knospel. Oh, nicht die Viecher. Ich kauf nix. Ist für ein Ruh. Noch sind nicht alle Gespräche beendet. Aber als ob, Malta. Mach dir mal keine Sorgen. Mach dir mal keinen Kopf. Also gut. Ich überlege gerade, ob ich den da killen will. Blauer. Oh. 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 Großer Bumerang Königsschwert ich fuse mal ein bisschen was also lass das mal fallen, nimm das und das fuse ich mit dem Moran was sind das für Dinger? mit einem Ding drauf komisch irgendwie Junge hier kann man eigentlich kaputt machen wo bist du Dickerchen naja da bin ich ja morgen noch dran ey das ist ja übel viel geroll das überhaupt was bringt ich bin neugierig ich bin neugierig ich bin neugierig also hier können da kann Saphir und sowas rauskommen deswegen es lohnt sich schon die Dinger aufzumachen Star Wars hält lang mit seiner scheiß Fähigkeit die hätten machen sollen dass wir die Fähigkeit unendlich oft einsetzen kann solange keine Gegner in der Nähe sind wenn ich ständig warten muss aber ich glaube hier kommt also dafür spreng ich jetzt hier nicht alles weg oh Junge den Haufen würde ich komplett weg sprengen ich bin neugierig ich bin neugierig auch ich bin neugierig Was ist das? 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 Das ist das? Was 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 ist das? Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was? Was? Was ist das? 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 Was? Was? Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Das? Was ist das? Was ist das Was ist das? ist auch ne coole animation wenn man irgendwo hin portet wissenschaft hat doch gesagt teleportieren ist actually aktuell schon möglich deine zellen die du hast werden gescannt komplett zerstört und an anderer stelle wieder aufgebaut ist halt nur nicht wie in star trek dass die zellen an dem anderen ort also du brauchst da irgendwie eine vorrichtung vor ordner so will ich hin grünen lol was ist das ach da ist der blitz ich nehme erst meine schuppe nein worum willst du denn man kann die schuppen übrigens in der luft giga mal was oh yes den brauchen wir perfekt alter perfekto die anderen waren bisher nicht so aggressiv als ob der nicht getroffen hat als ob der nicht getroffen hat komm jetzt bisschen luck ich brauche jetzt nur luck gib mir das was ich brauche gib mir ein zahn oh yes nagel riesenzahn perfekt eigentlich müsste ich jetzt nochmal auflegen ich habe keinen bock zu laufen kommst du ein laufig da ist noch ein das habe ich schon genug ja das habe ich schon genug ja auch wieder ohne miner oder so er wird heute auch noch kommt ich habe jetzt auch noch mehr Südlich. Ach, das Irrschloss. Ich wusste gar nicht, dass ich hier auch von außen hin kann. Aber kann man. Aber ist da was drin? Nee. Keine Punkte mehr. Wisst ihr, was das crazy, das verrückte hier ist? Diese drei Punkte sind einfach die drei Schreine. Und das, auch ein Schrein. Und hier wird noch einer sein. Crazy. Gibt's. Ist das? Ach, nix. Weiter geht's. Und noch vier Schreine. D-Max Ausdauer. Ey, ich hab auch, nachdem ich irgendwie acht Leben hatte, bin ich auch full auf Ausdauer gegangen. Ist so wichtig. Das hat mich am Anfang so genervt mit der Ausdauer. Nervt mich teilweise immer noch. Oh, ne? Wie? Hat. Yes. My? Ich hab auch, nachdem ich mich auch wieder. Okay. 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 Ja. Okay. D-Ton. T-Ton. D-Ton. D-Ton. Y-Ton. D-Ton. 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 ich habe vier leben seit anfang vier okay das ist das ist ein bisschen crazy wenig du hast also am anfang die vier leben genommen was du ja machen musst und dann bist du nur auf ausdauer das ist ein bisschen hart finde ich weiß nicht ob das sein muss ein bisschen krass nochmal so ein ki gama wäre gut so ein genki dama schade dass ich knospen nicht im flug abwerfen kann das ist ja auch cool ist doch wieder was machen wir in die mine hol dir einfach die dark link rüstung nach so nachts immer spurt so viel viel chilliger was ist das noch mal ach das ist so eine jaja ok das ist eine festung und hier ist eine mine vielleicht das nächste leucht set so eine mine hier oder jaja ist eine mine da ist es kein sonarium ich brauche echt mal langsam das nächste leuchtet ich weiß sonst nicht wo die alle noch sein sollen also ist noch viel schwarz aber komm was geiles okay komm ich wollte eigentlich fliegen was ich Ja, da muss ich schon. Große, sehr gut. Also da ist safe in der Jägerding. Da ist noch ein Schrein. Gut zu wissen. Moin Niko. Eine 1 plus mit Triple Star. Eine 1 plus mit 10 Sternchen dahinter. Mehr blenden wir Schrein angeht. Ja, ja, übel. Weil du, weil alles neu ist und du so viele Eindrücke hast. Und es, man darf halt, man denkt halt, ah, das ist Breath of the Wild Karte. Ich kenn mich aus. Pustekuchen, man kennt sich gar nicht aus. Man denkt nur, man würde sich auskennen. Aber letztlich kennt man sich irgendwie... Da ist noch einer. Ich kack ab. Letztlich kennt man sich irgendwie gar nicht aus. Da ist noch ein Schrein eigentlich. Hallo. Ähm... Steven? Bist du da? Was war's? Ich glaub, der Follow-Sound ist zu leise. Kannst du mal kurz einen Test durchlaufen machen? Weil ich hab Guts und Togush, glaub ich, nicht gehört. Und wir gehen dann, falls lauter machen. Da ist doch safe was drin. Da muss ich hin. Nicht jetzt? Aber bei Zeiten. Oh ne, ich geh erstmal zum Kreuz. Das Kreuz markiert die Stelle, wisst ihr doch. Ein Läune. Welcher ist das? Ein Blauer. Ich hab bisher noch nicht einen Läuen angegriffen. Ich hatte bisher immer Schiss. Ich glaub, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mal einen Läuen angreif. Er gegen mich. Er gegen sich. Ich gegen mich. Ich habe jetzt einen Läuen angreif. Er hat halt so eine Scheiß-Rüstung, ne? Er hat so einen Läuen angreif. Er hat so eine Gabriele, aber ich habe jetzt einen Läuen angreif. Er ist cart understands. Und das ist simpel. Mir ist das Nee. Das war's für heute. Das war mein erster Leune. Für mich hab ich gut geschlagen. Oh, Chimera-Bogen. Die gibt's immer noch. Die brauch ich. Hab ich eingenommen. Gut. Gut. Das war mein erster... Gut, gut. 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 Steven. Gut. 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Gut, gut, gut. Nein, das war ein großer, oder? Ja, okay, gut, ich dachte schon. Wurde Schiss bekommen. Was ist das denn da schon wieder? Da ist das Kreuz. Okay, letztendlich sind die Kreuze halt auch unnötig, weil wenn du den ganzen Untergrund erforscht und alle Wurzeln holst, da kommst du hier so oder so dran vorbei. Yay, Untertagemaske, da haben wir sie. Das heißt, ich habe jetzt die Maske, die sieht echt witzig aus, und die Hose. Das heißt, ich habe jetzt die Maske, die Hose. Wofür? Deckensprunggerüst, okay. Naja. Die Bauautomatik finde ich bisher nicht so prickelnd, muss ich sagen. Sonanium habe ich dann. Ich save nicht genug, dass ich es lohne. 40, okay. Okay. Hallo. Ichatze. Wow. Was ist das? Da würde ich ja wetten, dass hier oben in der Ecke auch noch eine Mine oder sowas ist. Oder hatte ich die schon geholt? Ich weiß es auch nicht mehr. Ja, Mine im Hebrach halt. Ich glaube hier war ich schon. Steven, magst du mal googeln? Dann können wir uns mal, obwohl es bringt auch nichts, wenn ich es nicht sehe. Das Mittelstück zu der Leucht... Untertage... Untertage... Kleider. Untertage Rüstung, aber das Mittelteil. Eigentlich soll man ja einfach in der Luft die Golems besiegen, sich die alte Karte holen und dann da hinlatschen. Aber ich meine... Wenn es Google schon gibt... Google hat aber noch nichts gefunden. Ja, wenn muss das eh auf Englisch machen. Djinn. Deutsch kannst du vergessen. Die Deutschen brauchen ewig, um Wikipedia zu füllen. Blau? Da soll noch mal noch ein Schrein sein. Wüstenbasar ist bestimmt auch wie eine Kiste. Äh, Gerudo-Stadt meine ich. Äh, Gerudo-Stadt meine ich. Guck, Guck. Eigentlich füllenbilirsiniz. also wüste die knospen zu erreichen ist viel einfacher als im feuer bei feuer hatte ich teilweise so probleme da den richtigen weg zu finden also wenn ich hier nicht fighten muss dann weiß ich auch nicht was noch ein jäger ich bin einfach sniper schütze ist ja noch irgendwo einer aber da ist der kollege ich frage mich was er machen würde wenn ich eine jägerrüstung an hätte hey jetzt fliegt er okay dank für 50 bilds komm meine letzte bombe kriegst du in fein ich sehe nichts okay 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 ding hin man geht ja immer direkt wieder nach oben das doch assi ich glaube jetzt muss ich mir selber was bauen come on geht nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Verlossene Ostmine, da war ich doch safe schon. Osten, da war ich safe schon. Was der immer für geile Apparaturen hat, ne? Die will ich auch haben. Wenn ich die Ostmine schon habe, gehe ich dann direkt hin. Oh. Was ist die Knospe? Hä? Ich blöde, hier war doch noch irgendwo eine Knospe. Oder ist hier keine Knospe? Dann würde das aber nicht stimmen mit den Schreien über Schreien. Ich habe doch ne... ne Knospe gesehen. Ne Wurzel. 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 Da oben ist die. Ich wusste doch, dass die irgendwo eine Knospe ist. Nicht mit dem Commander. Komm ich da rein? Ah, ich weiß wie. Nein, ich weiß doch wie. Ja, ich weiß doch. Das freut mich, Maddy. Genieße es. Verdient. Verdient. Ach du Kacke. Ach ja, die Ost. Ich habe im Ost noch gar nichts. Ich glaube nicht, ich habe hier Schnapp. Verlassene Ranelle. Oder? Die könnte sein. Oder war das die erste? Ich stele mal. Hö. 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 Hö... Hö. 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 Das war's für heute. Das ist doch eine Hilfe. Wie viele sind denn hier? Na gut, die macht Sinn. Das heißt, da ist noch eine. Wie viele Schreine in der Wüste waren, wusste ich gar nicht. Ich bin gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich bin gar nicht mehr so auf dem Schirm. Da, up to the road. Was? 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 Steven, besorg mir mal die genaue Location von der Rüstung, bitte. Und schick mir ein Bild. Danke. Oder sag einfach nur Norden, Süden, Osten, Westen und so, wo das ist. Mitte. Das reicht mir eigentlich schon. Hallo, Joe. Ist gar nicht süchtig. Null! Hä? Hä? Behauptungen, ich wäre süchtig, sind Unterstellungen wie Schützengräben. Ganz wilde Anschuldigungen hier, da ich süchtig wäre, hallo? Hallo? Ist das dann? Das ist doch hier was. Ah, was ist das? Das ist was. Das ist was, was gefährliches. Hallo, wo bist du, Kollegin? Hey, wo ist mein Freund? Ich brauche Elektronik. Wo ist die? Hey, ist die blöd? Wo ist die? Da. Wo läufst du denn lang? Weg! Mit dem Dreck. Weg mit den Viechern. Gib du Flügel. Krass, hatte ich das noch nicht einmal gefunden? Weg! 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 weggesprengt muss bestimmt alle gegner hier killen weiß ich noch schneller habe ich elektronik weil es war halt auch ein bisschen zu schade ich Boah, vier Tage. Oh, da ist so ein Bosskönig. Oh, da ist so ein Bosskönig. Was ist das da für eine Arena? Oh, da ist so ein Bosskönig. 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 Okay. Oh, am Ende kommt noch die Heuschrecke, da hat gar keinen Bock drauf. Da könnte ich drauf verzichten. Auf Heuschrecke gar keinen Bock. So ein Weißer ist schon nervig genug. Das war's gut. Bim, 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 bim. Ist sie gut? Ah, naja. Ja, nicht so. Komm! Komm! Chic-Maske? Alter, Leute! Ich liebe das Game. Willst du sofort wissen, wo es ist? Ruhe, hier unten. In der Arena. Ganz unten links. Die Shield-Maske. Ich glaube, ich brauche das Set. So weit entfernt davon. Alter, der Untergrund macht so viel Spaß! Schlechter Loon sagt er. Ey, okay. Aber Shin, es war auch bisher fünfmal scheiße und dann ist jetzt einmal richtig krass dabei. Ich meine, die Maske an sich ist eigentlich stark. Boah, bitte kann man die verstärken. Bitte kann man die verstärken, die Chic-Sachen. Dann wisst ihr ganz genau, wie ich demnächst rumlaufe. Ganz unten links Chic, ja. Merkt ihr das? Ganz unten links Chic. Maske. Es tut mir leid, die nächsten fünf Folgen werden nur Untergrund sein. Untergrund-Mission. Gerudo-Dunkel-Fossil. Hier gibt's nix. Aber entdeckt. Nein, ich weiß nicht, was rauskommt. Ja, übel. Endlich mal was Gutes. Das hat sich ja übel gewohnt. Geil. Da ist man auch direkt wieder top motiviert, um direkt weiter zu rennen. Rennlink. Renn. Aber gleich gucken, ob ich das... Bitte, die kann man verbessern. Wenn man die nicht verbessern kann, ist die halt Müll. Die hat nur zwei Death. Und rip an jeden, der für 15.000 die Ninja-Rüstung geholt hat in Kakariko. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt so in jeder Ecke ist. Guck mal, das war jetzt ganz unten in der Ecke. Gerudo-Arena. Dass ich dann vielleicht mal ganz oben links hingehe. Allgemein hier unten links. Guck mal, wie was hier abgeht. Ganz oben links könnte ich... Ist auch gar nicht so weit. Gibt's da vielleicht sogar ein Loch? Ne. Würde sich auf jeden Fall anbieten, ganz oben links. Ja, stimmt. Kann auch eine Set-Boni haben, ne. Dass irgendwie Überfallangriffe doppelten Schaden machen oder sowas. Ich gehe jetzt zur Fee und check, ob man die verbessern kann. Dann... Ganz oben links Untergrund. Obwohl Osten, ne, wegen der Dingens... Wir gehen ganz oben rechts. Alter, macht der Untergrund Spaß. Und da haben einige vorher gesagt, das Spiel wäre höchstens ein DLC zu Breath of the Wild. Wahnsinnig scheiße gewesen. Rui, hast du meinen Vulkanangriff eigentlich schon gesehen? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal was. Man kann's. Mit Sternen-Spliter. ist sehr gut. Mit Sternensplitter. Frage zum Donnertempel. Frag. Obsidian Gigama Riesenzahn Sonanium Gigama Nagel Abfahrt. Kristall Gigama Riesenzahn. Ach du Scheiße. Die vier Energiequellen. Du aktivierst deine Freundin, die Gerudo Frau und dann schießt du ein Pfeil auf das Zeichen. Leuchthöhlenfisch. Ein Diamant noch. Ich habe die schon auf Maximum, aber ich habe eh keine Rubine. Ich habe die Zeit. Du aktivierst deine Gerudo Freundin. Wartest bis ihr Lichtkegel so weit ist, dass das Zeichen im Dungeon eingekreist ist. Hier war dieser Flugding, ne? Ja, ja. Und dann schießt du ein Pfeil auf das Gong Zeichen. War das ein Gong? Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war. Was? Oh, hier gibt es Pfeile. Wow, Eis. Alright, lasst mal. Alright, lasst mal. Alright, lasst mal. Min-flas-lava-fälle. Hey, ne Kiste. Chic. Chic. Schade. Okay. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich muss da echt mal Ausdauer-Energie-Energie-Essen machen, dass das nicht immer so knapp wird. Ich finde Untergrund so scheiße. Was? Ich finde das das Beste am ganzen Spiel. Krass, so können Meinungen auseinander gehen, ne? Ich glaube, Tunic of Depth ist diese hier. Gamaschen der Finsternis, ne? Das ist nicht die, die ich meine. Ich meine die hier, Untertagemaske, Steven. Da ist was, aber ich sehe nicht aus wie eine Arena. So dunkel und schützig. Weiß gucken, was es ist. Ist das hier? Ist das? Oh, 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 oh. Komm, Schiek. Wir wollen alle die Schiek-Rüstung sehen. Hier ist gar nichts. Hier kann man nach oben. Okay. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Max Ausdauer mit 4 Herzen Warst du schon bei der Zeitung? Ja, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hin? Hier, Kleeblatt ist hier Habe ich aber ein Video dazu gemacht Sarah, guck dir mal das Video von gestern an Mit den Feen Oh, da, 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 da Was ist das? Ja, ich habe keinen Bock. 40 Schreine gemacht, komplett in Ausdauer. Nicht gut. Aber ich habe das ja auch, also ich habe nicht nacktes Überleben, ich habe das ja bedingt auch so gemacht, nur dass ich halt ein bisschen Herz gemacht habe. Das Gute ist halt, danach kannst du dich nur noch auf Herzchen, nur noch auf Herzchen konzentrieren. Ich habe nicht die Scheiße gespielt. 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 Ganz vergessen. Okay. Vielen Dank. 5. 10. 10. 10. 10. 23. 500. 27. 25. 25. 25. Wie geht's hier Zelda? Alles gut bei dir? Wenn ich das mit einem Herz jetzt noch verkacke den letzten Gegner da, dann flippe ich aus. Da ich das noch geschafft habe, mit einem Herzen. Hilfe! Und dann wieder ab in den Untergrund. Hast du das Fehl-Tutorial gemacht? Ja, ich habe das Fehl-Tutorial gemacht. Yes, das Fehl-Tutorial habe ich gemacht. Was kann Sidon? Müll. Müll, Müll, Mülliger Müll. Doppel Müll. Das freut mich, Zelda. Dankeschön. Was für Müll? Der macht Wasser um dich rum, das kannst du nach vorne spritzen. Bis auf gegen den Boss brauchst du das nie. Und mal gegen den Magma-Hawk, aber sonst... Braucht man das eigentlich gar nicht. Oh oh, da fliegt schon wieder so ein Vieh rum. Ah, den habe ich auch nicht. Oh, den will ich aber machen. Ich brauche noch einen Diamanten. Aber das ist halt direkt am Boss. Vor allem, was macht der Boss da? Der ist da falsch. Das ist ja gar nicht. Und gar nichts. Du Scheiße, schaffe ich mich. Ist der komplette Untergrund mit deiner verbunden? Yes. Crazy, oder? Es ist... Der komplette Untergrund ist eine Overworld. Also... Und die ist auch noch verbunden mit der normalen Overworld. Also es ist völligst gestört. Völligst verrückt. Ey, ich mache das jetzt wie ein Puzzle, Leute. Ich gehe einfach so... Ey, will ich den jetzt killen, oder nicht? Ja, will ich. Ich gehe so vor wie bei einem Puzzle. Erst mal die Ränder. Und dann gehe ich in die Mitte. Perfekt gespielt. Wie ein Profi. Oh ne, die Eis nicht. Ich gehe mal sehen. Ah, Mann ey. Diamant, ich brauche einen Diamant, bitte. Ich bin von mir im Spiel zu Eindruck. Ja, ich auch. Kein Diamant, ich kotze. Oh mein Gott, das wird stark. Plus 33, das wird übel stark. Let's go, das benutzen wir ein bisschen. Ich will unbedingt die Schicksachen haben. Schaffen wir das heute noch? Oh, danke. Nee, 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 nee. Danke, will ich nicht. Ich habe auch nicht genug Pfeile. Will ich nicht, tschö. Wenn ich überlege, obwohl, dem muss ich ja keinen Schaden machen, ne? Ich muss ja nur seine Dinger kaputt machen, aber... Nee, du, lass mal. Freu mich nicht. Kein Bock. Nee, der Untergrund ist mit das Beste am Spiel. Der Unter... Also, was heißt mit das Beste? Der Untergrund ist das Beste am Spiel. Himmel geht mir auf den Sack. Der Himmel ist übelnervig. Da kommst du nirgends wo hin. Musst du irgendwelche Sachen basteln, damit du irgendwo hinkommst? Nee. Ach, oh, oh. Komme ich hier lang? Ich hoffe, dass ich... Ich meine, ich habe ja die Ecke jetzt hier. Wie dumm, dass hier ein Boss ist und rechts nochmal der gleiche Boss. Will ich überhaupt hier... Ich gehe mal gucken, aber... Naja. Vielleicht finden wir ja noch ein Giga. Kristallgiga. Oh, yes. Das ist sogar ein Kristallgiga. Oder? Der hat doch diese Kristallhörner oben drauf. Oh, ja. Das Master Schwert wird richtig... Den richtig zerbröseln. Das ist ein Kristall. Hallo. Ja, ja. Das ist ein Kristall. Kristallgiga. Kristallgiga. Der macht zwei hintereinander, der Sack. Oh, Mann. Alter, der hat viel Leben. Der wollte mich fressen, der Sack. Doppelbau-Klatscher, der Sack. Nein, dreifach. Doppelbau-Klatscher, der Sack. Nein, nein, komm. Einmal noch. Oh, das war noch einmal. Oh, Mann. Wie ärgerlich. Mann. Oh, Mann. Aber den muss ich fünfmal besiegen. Einmal. Das brauche ich fünfmal. Noch eins bekommen. Jo, 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 jo. Respawned der? Ja, da müssen wir uns nämlich hier mal merken. Wo gehe ich am besten in den Untergrund, um die Rüstung von einer Statue zu bekommen? Hä? Meinst du, um Ehrlichter zu sammeln? Ehrlichter gibt es eigentlich überall. Da gibt es jetzt nicht den einen Ort, der richtig gut ist. Ich habe zumindest nicht den einen Ort gefunden bisher. Dazu habe ich ein Video gemacht. Das kommt erst morgen. Das ist schwierig zu erklären. Wenn du die Leuchtrüstung meinst, dann kann ich dir das nicht sagen, weil das habe ich mir nicht gemerkt. Wenn du die, ähm, wenn du die hier meinst, Gewand der Finsternis, dann, äh, musst du im Prinzip nur die Quest machen von dem, von diesem Schreiending. Oh, du wartest das Video morgen ab. Ne, 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 ne ... am Spähpunkt ist. Wieso brauchst du das Gewand jetzt? Also so schon mal gar nicht, Joe. Ups. Ganz ruhig. Robelo, genau, da ist so eine Statue. Ah, wo ist der? Also ich kann dir jetzt nicht on the fly ein Tutorial machen. Spiel das Spiel. Was ist denn Grün nochmal? Ach, da unten am Arsch der Welt. Donut, jetzt kriege ich Hunger. Danke für ein Foto. Ist das hier? Sieht doch aus wie ein Arena. Den killen wir. Oh, da ist aber ein... Ist das ein... Ich hab den voll getroffen. Hallo, come on. Der hat ja jetzt gewechselt, der Sack. Ist ein Gamma. Ich hab den Ball. Ob er mich trifft Ob er mich trifft Ob er mich trifft Ob er mich trifft Ich habe kein verdammtes Feuer Ob er mich trifft Ob er mich trifft Ob er mich trifft Ob er mich trifft oder so habe ich noch nie gedanken zu machen aber ich glaube die respawn fühlt sich zumindest so an fühlt sich so an als würde die respawn ich bin mir ziemlich sicher dass die respawn ich weiß aber nicht in welchem abstand ich denke mal bei mit blutmond oder so es lohnt sich aber nicht darauf zu setzen du kannst einfach durch die gegend laufen und unendlich viel einsammeln also ich habe jetzt 1000 oder so und ab einem bestimmten zeitpunkt hast du so viel dass das alles nicht mehr juckt was ist das denn so mit mir erst mal bestimmt ja 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 Können wir den Ehrlich da machen? Beim Shop einkaufen. Wie lange streamst du heute? Keine Ahnung. Lang. Würde ich gerne sehen wie du das on the fly machst? Ne. Ich mache on the fly hier keine Tutorials. Ich kann mal eine kleine Frage beantworten oder was erklären, aber ich kann jetzt hier nicht ein Tutorial machen für die ganze Questline. Das Verrückte ist ja, dass hier jetzt auch ein Schrein ist, den ich noch nicht habe. Das ist einfach nur ein Schrein. Hilfe. Das heißt aber auch, dass hier das nächste Ehrlich da ist. Ey, die nächste Wurzel mache ich natürlich Ehrlich da rein. Und in die Wurzel kann man rein. Hier ist ein Loch. Secret. Ah, doch nicht. Schade. Nochmal ein Gigama bräuchte ich. Das ist ja gut. Noch ein paar. Ich habe jetzt verstanden wofür die Bauautomatik ist. Man braucht gar nicht die Gegenstände, die man für das, was man hergestellt hat. Sondern man kann einfach Sonarium benutzen und dann wird das erstellt. Habe ich ja eben bei dem Boss gemacht. Das wusste ich nicht. Da ist noch einer. Ich werde verrückt wirklich. Wie viele Schreine fehlen mir denn? Masse. Ich habe da schon 100. So, was ich höre, wie das Status ist. Speck, Pausken. Wie gesagt, spiele einfach mal das Spiel. Dann weißt du auch wo du hin musst. Wenn du noch oben auf dem Plateau im Tutorial steckst, dann bringt dir das alles nichts. Die Rüstung kriegst du jetzt sowieso nicht, wenn du noch nicht im Spiel fortgeschritten bist. Deswegen würde ich mir gar keine Gedanken machen. Der hat am Anfang nur die Dark Link Rüstung und dann auch nur das Body Part. Du musst dann erst mal im Untergrund die ganzen anderen finden, die Statuen. Das kriegst du nicht jetzt mal eben in 5 Minuten. Da habe ich ein paar Tage für gebraucht. Spiele am besten erst mal die Story durch und dann kümmere... Ich fand es die Story gleich bisher. Also die Story ist, was Zelda angeht bisher... Ich kenne nicht alle Zeldas, so Skyward Sword kenne ich nicht, aber ich weiß. Ich glaube nicht, dass die Story da besser war. Story mäßig ist eins der besten Zeldas. Also allein das Intro hat mich so weggeflasht. Wer das Intro nochmal sehen will, guckt euch am besten einfach meine erste Folge an vom Let's Play. Das hat mich so weggeflasht. Den Schrein habe ich auch nicht. Ich kack ab. Nach dem Untergrund kann ich so viele Schreine noch suchen gehen. Da ist schon wieder eine Wurzel. Ich kack ab. Für alle, die es nicht wissen, Matt hat herausgefunden, dass die Wurzeln im Untergrund und die Schreine auf der Overworld miteinander verbunden sind. Wieso ist jetzt hier kein Giga? Es ist doch voll der perfekte Platz. Da ist sogar einer. Komm ran, ich brauch dich. Ist das ein Kristall? Ja, Mann. Komm ran, mein Jutes da. Sniper Lose am Start. Oh, nein. Oh Mann, er hat doch voll getroffen. Oh Mann. Den Ort hier markieren wir uns auch. Einen schönen Giga-Back geklatscht. Ich glaube, mein Oben ist fast hinüber. Ist hinüber, okay. Pfeile. Ich muss gleich erstmal wieder Pfeile holen. Hat den ersten welcher getötet und so. Also Robelo, nachdem du ihm am Spähposten begegnet bist, ist auch im Untergrund. Also so ist es nicht. Ansonsten einfach mal ins Tagebuch gucken und deine Storys durchlesen. Und deine Storys durchlesen. Deine Mission. Mann. Lange keine Mine mehr gefunden, ne? Aber hier wäre eine Jäger-Basis. Ist das die Jäger-Basis. Ist das die Jäger-Basis? Ist das die Jäger-Basis? Ist das die Jäger-Basis? Aber kein Gegner. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn man einfach so in dieses schwarze Nichts guckt, ne, ist schon irgendwie belastend. Kann man richtig gut Donnerblumen farmen. Oh nein. Ich habe noch 11 Pfeile. Ist nochmal ein Kristall. Irgendwie kommt jetzt nur ein Kristall. Gar kein normal mehr. Okay. Okay. Was ist das? Oh, so knapp, Hilfe. Ein, zwei Kristallhorn. Ich glaube, das eine kann ich jetzt auf Max machen. Oh. Kleidungsstücke im Untergrund. Guck mal, was ich anhabe. Oder guck dir das hier mal an. Schieker Maske. Let's go. Oder das hier. Krog Maske. Oder das hier. Alles Untergrund. Also ja, Untergrund ist der Place to be für geile Rüstungen. Funky, danke für ein Follow. Äh. Road. Irgendwie gar Flexer. Hey. Ja, muss man ein bisschen spielen. Wie viele Stunden habe ich denn jetzt? Ich muss einfach mehr zocken. Joe, dann wird das auch was mit dir. Wieso sehe ich das nicht? Weil ich glaube, weil ich das Spiel seit vier Tagen nicht ausgemacht habe. Weil, ich speichere auch übrigens mal. Ich habe das Spiel seit vier Tagen nicht ausgemacht. Über 30 Stunden. Ich habe safe mehr. Zeig mal die Spots. Nope. Erstens habe ich mir den nicht gemerkt. Und zweitens, wenn ich jetzt anfange, jedem hier die Spot zu zeigen, wo du welches Kleidungsstück bekommst, dann kann ich aufhören zu spielen und Tutorial machen. Einfach bei mir YouTube abchecken. Da kommen in den nächsten Tagen viele Videos. Einfach mal YouTube abchecken. Vielleicht kann Steven oder Rui mal eben den YouTube-Link reinhauen. YouTube im Auge behalten. Ich werde versuchen, alles Mögliche, alle wichtigen Dinge dort hochzuladen. Okay. Also diese Leuchtrüstung ist echt Gold wert. Wenn ich das dritte Stück habe, dann wird es, glaube ich, richtig gut. Ich mache jetzt Guides für alle. Lass mich da erstmal durchspielen und alles finden. Dann kann ich noch genug Guides machen. Das Problem ist auch, dass ich eh nur ein Video am Tag hochlade. Ich aber schon Guides für zehn machen könnte. Ich mache jetzt ein Video am Tag hochlägen. Das war's für heute. Mittlerweile würde ich, glaube ich, eher den Untergrund on-stream machen. Da ist noch ein Schrein? Ich kacke ab. Und einfach nur den Untergrund streamen, weil das so viel mehr... Es ist so viel spannender, als jetzt auf der Overworld irgendwelche doofen Schreine zu suchen. Ich bin ja jetzt schon... Ich bin schon fast traurig, dass ich schon so viel habe. Ich glaube, ich werde, wenn ich alles habe, überall nochmal hingehen. Zumindest die Minen und so. Hier zum Beispiel war ich auch noch nicht. Da ist safe irgendwas drin. Lechner, danke für den Follow. Ganz viele Guides im Stream. Nee. Spiel erst mal das Spiel, Joe. Es würde dir eh nichts bringen, wenn ich jetzt den Guide raushauen würde für die Untergrundrüstung. Du würdest da eh nicht hinkommen. Hast du ja gesehen, dass ich gerade gegen so einen Giga-Gegner kämpfen musste. Übel riesig, ja. Es sind ja auch jetzt... Und das ist nur Untergrund und ein Overworld. Dann darfst du nicht vergessen, es gibt noch die Luft. Da habe ich ja schon einiges gemacht. Mit den ganzen Irrschlössern und sowas. Riesen groß ist das Game. Riesen, riesen groß. Da spielst du nicht mal eben so durch auf 100%. Boah, dazu ein 100%-Run. Ihr wisst doch noch die 100%-Runs von Breath of the Wild, die teilweise... Also die über 12 Stunden gehen. Ein 100%-Run zu Tears of the Kingdom wird ja... Alter, das ist ja unmöglich. Unmöglich, sage ich. Ich glaube auch, dass das niemand machen wird. Da wird... Da muss schon nicht mal richtig gut sein. Einfach das Game irgendwie durchspielen. In 80 Stunden ist schon dein Speedrun. Das einzige Problem ist, ist die Voraussetzung, dass du bei einem Speedrun... Nur nachts... Ich weiß nicht ganz genau, ob 10 oder 12 Stunden... Aber nach einer bestimmten Zeit darfst du nur eine bestimmte Zeit an Pause machen. Das heißt, du musst einmal komplett durchziehen. Irgendwie eine Woche. Das ist verrückt. Ob Linkus das macht. Dieser eine Schweden-Youtuber, der ja Wind Waker und Breath of the Wild Speedruns... ZFG wird das Safe nicht machen. Der macht doch nur seine 15 Minuten Zelda-Occure of Time-Runs. Also du brauchst einen Untergrund für 100% natürlich. Alleine die ganzen Masken... Äh, die ganzen Rüstungen. Und die ganzen... Ähm... Ähm... Crafting-Sachen für... Die... Scheiße, hier ist nochmal ein Kristall. Acht Fallen nur noch. Wo bin ich? Ich lieg unter dem! Ich lieg einfach unter dem! Hallo! Oder bin ich in dem drin? Ich hab echt nicht mehr viele Pfeile. Das wird echt ein Problem. Ich hab auch langsam keine Waffen mehr. Ich hab auch langsam keine Waffen mehr. Oh Gott! Mann! Alter, ich hab nur noch einen Pfeil. Das ist ein ganz hugees Problem. Krieg ich denn jetzt Pfeile? Wie soll ich denn killen ohne Pfeile? Wie soll ich denn killen ohne Pfeile? Wie soll ich denn ohne Pfeile killen? Muss ich hoffen, dass mein Kollege da mal auf seinen Schädel schießt, aber wie? Das geht nicht, wieso das gehen? Das ganze Vergessung ohne Pfeile. Werfen? Oh, guter Gedanke. Na, das war's nicht. Ja, ich hab Bomben. Kann man Bomben werfen? Kann ich nicht. Lass einsaugen. Ey, wer hat das geschrieben? VIP. Kat, als ob du das weißt. Was? Wieso weißt du das? Was? Keine Sekunde Theops of the Kingdom gespielt. Weiß das einfach. Versteh ich nicht. Oh Mann, immer diese scheiß Bäume. Mann, lass mich los. Perfum 돌아 taust nicht. Das war's nicht wahrstehend. Ähm. AAA Okay. Komm, saug mich ein. Jetzt bin ich schon wieder an so einem verkackten Baum, Mann. Komm, saug mich. Kannst du jetzt bitte mal einsaugen? Ja, jetzt! Oh Mann, ey, ich bin sauer. Jetzt trifft er auf einmal... Oh Mann. Verdammt, bin ich sauer. Da war ein Pfeil. Sauer. Ganz sauer bin ich. Ach so, wo ist der zweite Boss? Ja, da habe ich jetzt auch erst dran gedacht, Donut. Aber klar, es macht ja... Ey, wir sind so... Ich bin so eingerostet, was Zelda angeht. Und wisst ihr wieso? Weil ich so viele Scheiß-Games spiele, dass ich gar nicht mehr damit rechne, dass so coole Sachen da implementiert werden. Jetzt habe ich mir ja nicht gemerkt, wo der war. Irgendwo da in diesem Sumpf, ne? Eldenring? Ich rede nicht von Eldenring. Wir müssen, auch wenn es mir weh tut, mal kurz an die frische Luft. Kurz. Und... mal ein bisschen Futter-Nachschub holen. Pokémon kannst du ja nicht meinen. Stimmt, also... Wie könnte ich auch die Idee kommen, Pokémon zu meinen? Das ist ja kompletter Unsinn. Ich muss auch mal Colton, Kiltner, wie der Typ heißt, gleich nochmal suchen. Weil ich so viele Majoy-Dinger hab. Wenn es gleich, äh... Nacht ist... Hä, was soll ich hier? Wenn gleich Nacht... Achso, hier hält man sich. Wenn es gleich Nacht ist, einmal ein Schneegebiet. Da weiß ich, dass er da steht. Können wir den Majoy-Dinger machen. Eintauschen bei Kelten. Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Warum bist du VIP? Du weißt ganz genau, wegen solchen Dingern, die du raushaust. Einfach so. Als wäre es nix. Einfach so. gegen was denn da rüstungen blutmond das werde ich jetzt sofort checken ob diese giga typen respawn aber vorher brauche ich eigentlich feile treu preis war das feile eben ein paar pfeile holen damit ich so ein giga typen auch wieder killen kann und ich muss auch verkaufen und die rüstung verstärken schon wieder so viel zu tun aber ich will wieder in untergrund will in untergrund hallo hallo morado ein bisschen schreien habe ich keine zeit für ein bisschen schreien was hat er denn für eine keule leute ich bin auch nur wegen pfeilen hier du brennst du brennst ouch übrigens monster oder das ist ja auch eine mission die man machen kann die ist aber bei mir irgendwie verpackt ich habe sie schon mal gemacht und dann habe ich aber den letzten gegner nicht gefunden 23 da gibt mehr schön ich denke das reicht erst mal was soll ich jetzt noch machen fehler kann mich auch verkaufen vip hat nicht mehr emotes vips dürfen links rein schreiben und im subjet schreiben obwohl haben vips mehr emotes ich glaube nicht ich habe nicht ich 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 Hallo. Acht stück habe ich davon also eine sache kann ich auf jeden fall maxen noch 500 Oh, Diamant habe ich auch. Jörknos gibt 10, die sammle ich jetzt immer ein. Rest weiß ich halt noch nicht, ob ich den brauch. Von jeder Schuppe eine, das ist auch echt belastend. Das lustige ist, man kann auch Rüstungen verkaufen. Das heißt, wenn ihr mal eine Rüstung doppelt habt, könnt ihr die verkaufen. Bis auf ein paar. Wieso ich die nicht verkaufen kann, weiß ich nicht. 9 auf 50 und Upgrade gibt es sogar noch mal mehr. So diese scheiß Bobblen, Mobblen, Masken könnte ich theoretisch verkaufen. Aber was man machen kann, ist zum Sperrposten gehen, sich die Dark Link Rüstung nochmal kaufen und dann verkaufen. Ich glaube, das ist der beste Weg, um Rubino zu bekommen. Außer Diamanten, die geben halt 500, aber sonst gibt es glaube ich keinen besseren Weg. Das ist der beste Weg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und die zweite auf vier Sterne direkt hinterher. Drei Diamanten. Das sind 2000, die ich jetzt löhne, nur für diese scheiß Hose. 2000 Abfahrt. Erinnerungsgewand. Sternensplitter. Neues Reckengewand. Okay, ab in den Untergrund. Gucken, ob der Giga gerespawned ist. Gäste. 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 Was habe ich denn hier für Müll? Kaum noch Waffen, eh? Okay. Hab gelernt! Okay. Da habe ich ein Leben verloren schon wieder. Hä? Hat er mich getroffen? Da habe ich ein Leben verloren. Moin, Marco. Oh, zwei Stück, perfekt. Ah, ich weiß nicht, was ich machen wollte. Ich hoffe, wir werden mehr Energie holen. Geiler Gegner irgendwie, übel geil. Denkt mal zurück an King Dodongo von der Green of Time. Bis, ja doch, die vier Recken sind scheiße. Ich gebe Remy recht. Die vier Recken sind echt kacke. So, gib mal ein paar Batteries. Neun Stück. Das ist meine Batterie, Leute. Dann fahre ich von hier bis nach Frankfurt. Langsam nimmt es vor, man. Noch zwei, drei, fünf, acht Stück fehlen noch. Acht, tun auch noch mal. Nicht schlecht. So, den haben wir besiegt. Gucken wir uns den an. Schön, die Batterie auch aus der Kobalmine. Welche Batterie? Bis dann. beige Hallo. Hallo. Dreck ins Auge 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 Immer noch. Das ist so heiß, yo. Ah, was denn da drin? Da ist doch auch wieder was. Spüre ich. Aber bitte nicht nur so ein Hai dauert. Ah, ein Golem. Okay. Aber gibt der was Gutes? Ich erinnere mich nicht mehr. Okay. Okay. Wetter ist ja nicht weil sie starker ist. Ah, so nah und auch so fern. Nö. Da muss ich jetzt extra was verbauen. Das ist doch nervig. Ach guck mal, da ist schon einer drin. Gut zu wissen. Hä? Hat der Vogel den schon wieder abgeschossen? Ah, nicht mitbekommen. Oh, ich habe keine Waffe zum Merchen. Unspannend würde ich... Oh, hier. Arena. Da war ich safe noch nicht drin. Ja, ja, das war am Anfang mit... Ja, 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 ja. Oh, das klingt doch wie ein Sheikah-Ding. Blau. Abfahrt. Scherich hat... Nee, nee慢, ja. der untergrund ist irgendwie ein anderes spiel als zelda hier unten fühlt sich gar nicht an wie ein zelda spiel ich habe es schon ein paar mal damit verglichen und ich mache es auch gerne nochmal es fühlt sich an wie der nether von ane das ist ein arena da oben wie der nether bei minecraft für mich fühlt sich so an nur ein bisschen weniger bedrohlich arena moblins wenn das keine sheikah dings vom system weiß ich auch nicht ich habe bock ich habe bock komm ran hier angriff oh mein die nächsten die nächsten die nächsten und wieder waffen ja war müllwaffen obwohl ritter schwert ist glaube ich gar nicht so schlecht ja ritter 2 in das gut und der glaube ich auch eine gute waffe ja Das war's für heute. Fuck, hier ist ja Feuer. Was ist hier los? Wieso laufen die so dumm? Ich hab viermal geschossen, nicht getroffen. Hm. Das war's für heute. Let's go. Bitte das Sheikah-Zeug. Muss ja. Gibt bestimmt drei Arenen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich würde sagen, das ist ein perfekter Abschluss für die Folge. Wenn euch das ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wer nichts verpassen wollt, gerne ein Follow da lassen. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute. Haut rein.